Guten Morgen, guten Abend, guten Tag oder auch guten Appetit und herzlich willkommen zurück zum Goddard-Podcast, eurer wöchentlichen Newsquelle für Sonic und seine nervigen Freunde, präsentiert von uns, dem lieben David, a.k.a. Dev. Hallöchen, das bin ich. Und von mir, Steven, beziehungsweise Ruki. Herzlich willkommen. Willkommen. David, ich sterbe. Well, what? Es ist warm, okay. Oh, ich erzähle jetzt besser nicht, wie das Wetter bei uns ist, weil bei uns ist es heute angenehm regnerisch. Tatsächlich, seit gestern laucht. Ich hase dich. Also aktuelle Temperaturen, da könnte ich mich dran gewöhnen. Ich hoffe, es bleibt eine Weile so. Also wir nehmen das Ganze hier gerade am Samstag auf. Es ist 11.24 Uhr und wir haben, lass mich kurz raufgucken, 29 Grad. Oh, boy, okay. Das ist was anderes hier. Das geht heute noch bis irgendwie 33 oder so hoch und ach. No, das klingt echt nicht cool. Deswegen sitze ich hier einfach und zerfließe und unterhalte mich mit dir über einen blauen Igel, der schnell rennt. Ja, genau. Wie toll. Was waren unsere Lebensentscheidungen, die uns zu diesem Ort geführt haben? Ich kann's dir doch auch nicht sagen. Aber ja, es ist mal wieder soweit, dass wir über Sonic reden. Und da fangen wir heute an mit unserem Stream-Recap natürlich. Denn wir haben am Donnerstag wieder gestreamt und wir haben jetzt Sonic Freeriders durch. Genau, ja. Das war auch überraschend nicht schwer. Also ich glaube, meine schlechten Erinnerungen waren halt von S-Rängen und Time Attack und sowas. Wahrscheinlich, ja. Da können wir uns schon vorstellen, dass das einiges heftiger ist als einfach nur ein Gewinn des Rennen. Und deswegen, ja, gut durchgekommen. Es fehlte noch die Story von Team Rose und dann die Final Story, wo wir übrigens jedes fucking Rennen mit drei Runden machen mussten. Das war so anstrengend. Ja. In Team Rose, in Magma Rift gibt es so eine Kurve, wo ich gefühlt mich eine Minute komplett nach hinten beugen muss. Mein Rücken halt durchbricht, damit ich halt diese Kurve nehmen kann. Das hat sehr angenehm ausgeschaltet, ja. Auf jeden Fall. Ja, war es nicht. Aber hey, wir haben es geschafft. Und Sonic Freeriders ist halt ein bisschen speziell. Ich will halt dem Spiel jetzt nicht irgendwie was Böses nachsagen. Klar, über die Story haben wir letzte Woche schon kurz gesprochen. Das ist halt ass. Ja. Aber, naja, irgendwo habe ich einen Softspot für das Spiel, weil ich kann irgendwo anerkennen, was sie versucht haben mit Kinect. Und ich kann anerkennen, dass wäre der Sensor ein Ticken besser, dass das halt echt cool gewesen wäre. Mhm. Und ich habe ja auch durchaus meinen Spaß mit dem Spiel. Also ja, ich bin absolut unsportlich und es war brutal heiß hier drin, so nach fünf Minuten. Und ich habe Muskelkater und, naja, du weißt schon. Also es ist halt schon fucking anstrengend. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich nicht meinen Spaß damit hatte. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon viel wert. Und ich finde es sehr schade, dass die Sonic Riders Reihe danach eingestampft wurde, weil sich das nicht verkauft hat, weil sich Kinect nicht verkauft hat. Überraschung. Leute hatten keinen Spaß auf Bewegungssteuerung. Hm, ist ja komisch. Ja, aber schau da drum, dass das eigentlich das letzte Riders Spiel ist. Das wäre echt mal wieder allerhöchste Zeit für ein neues. Ja, aber das werden wir, glaube ich, nie bekommen. Dann kriegen wir eher Team Sonic Racing 2. Oh boy, bitte beschwer keine Geister. Du, ich mag Team Sonic Racing verdammt gerne. Ich auch. Aber for the love of God, fix den fucking Online-Modus, Alter. Das geht ja mal gar nicht. Jedes Mal, wenn ich an Team Sonic Racing denke, denke ich daran, wie extrem heftig sie den Online-Modus vermasselt haben. Und dass das Spiel einfach, also dass basically das ganze Spiel nach ein paar wenigen Tagen nach Launch einfach tot war online. Ja, aber so auch im Singleplayer war das halt nett. Also die haben da eine richtige Story gebaut. Die war halt auch gar nicht so furchtbar, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das hat Spaß gemacht. Das war fucking brutal schwer vor dem ersten Update. Holy fucking shit. Oh ja, Woche-Missionen. Und ich habe noch alle Erfolge und alle Trophys geholt, also an zwei Plattformen, bevor das scheiß Update da war. Ich bin gegen Ende da einfach, da saß ich nur noch da, so bitte lass es einfach vorbei sein. Ich will das nicht mehr. Ja. Also Kontext, der Story-Modus auf dem sehr schweren Schwierigkeitsgrad, der war halt bockschwer. Ja. Also nicht nur die einzelnen Rennen, sondern auch die Missionen, die man daneben noch hatte. Das war puh. Hey, weich den Verkehr aus und lass dich nicht treffen. Ja, und der Verkehr lässt dir einfach so einen Millimeter Platz. Ja. Und wechselt ständig die Lanes in alle ein, zwei Sekunden, wo man irgendwie nicht vorhersehen kann, wo die Autos überhaupt genau hinfahren. Aber naja, es geht ja jetzt nicht um Team Sonic Racing, es geht um Sonic Freeriders. Und ja, das haben wir halt durch. Wir werden die Diskussion nicht heute machen. Das schaffen wir zeitlich leider nicht, weil der David nachher leider los muss. Und ja, wir nehmen das heute sowieso wegen mir schon an einem anderen Tag auf. Deswegen klappt es leider nicht mit der Diskussion, aber wir versuchen das bald hinzukriegen. Vielleicht nächste Woche Sonntag. Eventuell, ja. Wo ich dann potenziell sogar vom CSD Berlin berichten kann, weil ich da wahrscheinlich hinfahre nächsten Samstag. Oh, let's go. Cool. Mal schauen, wie das wird. Oh, ja. Und ja, nach Sonic Freeriders haben wir uns dann tatsächlich noch ein bisschen Sonic 06 angekündigt. Und, bleib dran, denn es gibt heute eine News zu Sonic 06. Tatsächlich, ja. Und die ist halt groß. Also, die ist wirklich groß. Ja, in einem negativen Sinn, nur so als kleine Verankündigung. Ach, David, jetzt lass mich doch ein bisschen die Hörenden irgendwie am Ball halten. Musstest du euch jetzt nicht sofort versauen. Nö. Sag doch einfach, oh ja, das ist eine wirklich große News. Da hast du recht. No, no. So eine Art von Clickbait mache ich nicht. Das ist kein Clickbait, David. Die Leute haben schon draufgeklickt. Oh, ja. I guess. Das ist ein, bitte bleibt dran, damit unsere Wiedergabezeit steigt, Bait. So in etwa, ja. Ich meine, dass es eine negative News ist, impliziert ja irgendwie, dass die Leute noch eher dranbleiben, weil negative News verkaufen sie ja besser in der Medienwirtschaft. Ja, aber hätten wir jetzt nicht irgendwie negativ gesagt, dann hätten die Leute vielleicht gedacht, oh mein Gott, wird es vielleicht doch abwärtskompatibel an der Xbox Series X? Kommt endlich ein Sonic 06 Remake. Endlich. Ich hab so lange gewartet. Naja, Sonic X Shadow Generations kommt. I guess. Wozu wir, by the way, auch News haben. Natürlich, ja. Und das sind wirklich große, positive News. Also zwei, zwei sehr positive News, würde ich sagen. Generell haben wir heute viele News zu, also ein paar News zu spielen, wo ich nicht gedacht hätte, dass wir dazu nochmal News haben. Bei Sonic 06 haben wir dann, eigentlich war mein Plan, so ein paar sehr schwere Missionen einfach zu machen und zu zeigen, was für ein Hashtag Pro-Gamer ich bin und überall S langzuholen. Es endete aber darin, dass ich eigentlich nur das Spiel kaputt gemacht habe. Ja, natürlich. Das ist das, was üblicherweise passiert, wenn man Sonic 06 spielt. Ja, aber sehr schwer. Ich glaube, das wäre nochmal tatsächlich was, was man sich im Stream bei uns angucken könnte, wenn wir das dann mal machen, dass wir für alle Charaktere, die den sehr schweren DLC machen, weil die Level sich ja teilweise doch sehr drastisch verändert haben, wie auch du gemerkt hast dann. Oh ja, machen Level redet man ja tatsächlich irgendwie rückwärts oder so. Ja, Wave Ocean zum Beispiel. Ja. Und ja, das ist dann vielleicht für den einen oder anderen oder die eine, die andere, ist das wahrscheinlich dann auch noch relevant. So, also könnte man ja irgendwann mal angehen. Wir haben die anderen DLCs, so Team Attack Amigo und sowas, das haben wir alles gespielt. Genau, ja. Aber der Very Hard Mode fehlt halt so ein bisschen. Den könnten wir nochmal angehen. Genau, ja. Da werden nicht das Zwischenprojekt hin und wieder mal. Und ja, das war aber ganz lustig. Ich konnte ein paar witzige Glitches noch zeigen. Mhm, genau, ja. Und der beste Moment war, wie da einfach zweimal Sonic dasteht. Natürlich, Sonic und Sonic. Und ja, war lustig, war lustig, Punkt. Yes. Sonic 06 ist fast immer lustig, als wenn man das selber spielen muss. Also, ich liebe Sonic 06. Das ist mein Guilty Pleasure. Ich sagte das seit Jahren und immer machst du mich dafür komplett fertig und greifst mich einfach nur an. Nein. Ich fände das nicht okay, David. Ich will da ein bisschen eine kontroverse Gegenstimme sein. Wir dürfen Sonic 06 nicht zu viel loben. Du, ich bin der Erste, der sagt, dass das Spiel halt völliger Bullshit und Abfall ist. Aber ich sage halt auch, nein, warte, das sage ich später. Das sage ich einfach später, weil wir kommen ja in einer News noch zu Sonic 06. Oh ja, genau, ja. Da werden wir garantiert eh kurz drüber diskutieren dann. Und ja, am Donnerstag um 20 Uhr geht es dann weiter mit Sonic Unleashed an der Wii. Aha. Da haben wir im Rahmen unserer Sega Pride Streams vor drei Wochen haben wir damit angefangen und jetzt kommt dann die zweite Episode, wo wir es vielleicht schon durchspielen. Who knows? Also, wir sind ja letztes Mal recht weit gekommen. Ich glaube, wo sind wir gerade unterwegs? Weiß ich doch nicht. Ich weiß nur, dass wir recht weit gekommen sind. Halbwegs weit. Also, den Egg Beetle haben wir auf jeden Fall besiegt. Der war aber, glaube ich, eine der letzten Sachen, die wir gemacht haben. Weil so, I don't know. Jetzt sagen wir so, wir sind ziemlich weit dafür gekommen, dafür, dass wir erst nach einer Stunde im Stream angefangen haben zu spielen. Und weil die Leute so viel gespendet haben, ja, das ist voll Kritik an euch. Nein, ist es nicht. Absolut. Da müssen wir die ganze Zeit auf Sonic 4 wechseln. Stimmt, yeah. Okay, gut. In der Hinsicht sind wir weit gekommen. Ja, nee, wir werden das wahrscheinlich nicht durchschaffen, aber wir werden mal schauen, wie weit es klappt. Ja, klappt so. Ich denke mal, drei Sessions werden es wahrscheinlich insgesamt. Und ich glaube halt, die Wii-Version hat man in roundabout fünf Stunden hat man die durch, ohne halt Zeug zu sammeln noch. Genau, ja. Man hat ja auch die ganzen Overhead-Sequenzen nicht immer jetzt in der Hauptversion unter anderem hätte zwischen den Leveln, sondern es geht alles relativ schnell von einem Level zum nächsten. Das hilft auch ein bisschen. So, und jetzt habe ich aber noch kurz was über ein anderes Spiel. Oh. Denn jetzt, nachdem ich Elden Ringer durchgespielt habe, habe ich Final Fantasy XVI angefangen. Aha. Fleißig. Das nächste ist die hunderte Stunden der Pickel. Wer weiß. Wer weiß. Oh. Weil, ähm, I don't know, ich habe das jetzt knappe drei, vier Stunden gespielt, habe mir dann auf dem Spinash Discord, dem könnt ihr übrigens joinen, Link dazu ist überall unten in der Beschreibung. Ähm, ja, habe da halt nachgefragt, so, hey, bleibt das so? Und da wurde mir gesagt, ja, das bleibt so. Und ich denke mir, das ist ja ziemlich scheiße. Oh, nein. Also, es ist jetzt kein absolut furchtbares Spiel oder whatever. Ich bin aber sehr enttäuscht, muss ich sagen. XVIII hatte mich dahingehend, und das war mein erstes Final Fantasy, was ich durchgespielt hatte, dahingehend etwas enttäuscht, dass die Oberwelt halt super leer war. Du hattest da einfach nichts zu tun in dieser Oberwelt. Ja, das stimmt. Das war ein oft gehörter Kritikpunkt. Und ich habe gerade das Gefühl, dass Final Fantasy XVI das komplette Gegenteilige extrem ist. Uh, das ist ja ein bisschen zu heftig überkorrigiert, oder? Es gibt keine Oberwelt. Es gibt definitiv keine Oberwelt. Bisher in den drei, vier Stunden, die ich das gespielt habe, und ich hoffe, die Story zieht noch ein bisschen an, weil die ist interessant genug, I guess, aktuell, dass sie mich am Ball hält. Aber mal gucken, ob das auch noch so beibehalten wird. Oder ob es noch besser wird. Aber bisher ist das ganze Ding eine interaktive Cutscene mit kurzen Level-Schläuchen dazwischen, wo ich ab und an mal ein Button meschen muss für Kampfsystem. Also mit Level-Schläuche meine ich übrigens, man läuft legit geradeaus. Das ist dann ein riesiger Schlauch. Ja, manchmal gibt es da irgendwie eine kleine Ecke, wo man was finden kann. Aber das, holy shit, das ist eine harte Überkorrektur gegenüber, hey, diese Welt ist halt fucking riesig und es dauert ewig da irgendwas zu tun. Und ja, es ist aber halt irgendwie nichts da. Und jetzt ist halt diese Level-Schläuche, ich weiß nicht, ich bin halt super enttäuscht davon, weil ich eigentlich von dem Spiel nur Positives gehört hatte bisher. Gerade Kampfsystem und so, aber richtig abholen tut es mich gerade nicht. Kann es eventuell sein, dass sich die Welt vielleicht im späteren Verlauf noch ein bisschen öffnet und dass man halt irgendwie nur in der Intro-Sequenz so ein bisschen gerailroadet wird? Laut Miles auf unserem Discord-Server nicht. Also laut ihm bleibt es so. Okay. Keine Ahnung, weil ich glaube, ich hätte irgendwie gehört, dass auch Final Fantasy XVI so eine Oberwelt haben soll, scheinbar. Aber, I don't know, das war jetzt wirklich nur, ich habe es nie selbst gespielt. Ich habe mir nur immer wieder mal so ein paar Eindrücke einfach gelesen, weil es mich halt interessiert hat. Bisher ist davon halt nichts zu sehen. Und bisher bin ich massivst enttäuscht, wie ich da durch den Anfang geführt werde. Ich meine, ja, so ein langsamer Anfang ist so oder so anstrengend, wo man einfach basically nur ständig Cutscenes hat, ein bisschen gebene zwischendurch. Ja, und die Cutscenes, da muss ich auch sagen, so leid es mir tut, aber die sind halt nicht mal hübsch. Oh. Also ich finde, die Grafik ist jetzt nicht das Wunder schlechthin, wie man es eigentlich von der Final Fantasy-Reihe kennt. Mhm. Äh, und es gibt keine CGI-Cutscenes. Weißt du, wie mich das ankotzt? Oh, okay. Das ist jetzt sogar Final Fantasy, die CGI-Cutscenes gestrichen hat. So normalerweise war es wenigstens irgendwie das Opening oder sowas in CGI, aber hier nichts. Das ist alles In-Game-Grafik. Und ich bin dann so, wieso? CGI-Cutscenes sehen halt so geil aus. Und ja, Grafik ist mittlerweile besser, aber du erkennst es halt gerade an sowas wie Haaren und sowas, wenn das halt in der Game-Engine gerendert ist, in Realtime. Mhm. So, das schmälert den Gesamteindruck schon sehr für mich gerade. Und das finde ich sehr schade. Und ich hoffe wirklich, dass das Ganze vielleicht doch besser wird, dass Miles mich getrollt hat oder sowas. Aber ja, das wollte ich nur mal kurz loswerden, weil ich das sehr schade fand. Ja, okay, ja. Nicht der beste Erdruck auf jeden Fall. Und David, du bist ja jetzt fast mit Like a Dragon Infinite Valve durch, habe ich gehört. Ja, also ich bin basically on pace, dass ich es dieses Wochenende durchspielen kann. Außer irgendwie das Spiel, wir sind jetzt noch auf den Curveball vor die Füße, was heißt, nö, jetzt geht es doch noch um einiges länger. Oh oh. Ja. Freu dich auf den Final Boss. Oh, mache ich, ja. Ich glaube, ich habe so unter Anführungszeichen den Vor-Final-Boss schon besiegt. Also du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ich habe den Abschnitt, den Final-Abschnitt unter Anführungszeichen mit Ichiban schon durchgespielt. Ja, du kannst ruhig sagen, was das ist. Das Spiel ist lange genug draußen. Ich meine, ja, aber vielleicht spielt es noch hier im Chat, hier bei unserer Zuhörerschaft irgendwer. Und da will ich jetzt nicht raus haben, von wegen, hey, das ist Ichibans Final-Boss, jada, jada. Aber du kennst ja jetzt auch die Musik von dem Final-Boss, ne? Jaja, und ich weiß jetzt hundertprozentig, was du gemeint hast damals mit dem Song-Contest. Also Hintergrund für die, die es nicht mehr wissen, wir hatten damals ja über den Eurovision Song-Contest gesprochen. Und der Song von Nemo, der, ich nenne es mal den Opern-Part, der hat sehr starke Vibes von dem Final-Boss-Film von Ichiban aus Infinite Valve. Like, yeah. Jetzt kann ich es hundertprozentig aufbeziehen, meine Güte. Und ich hatte halt so lange überlegt, so, woher kenne ich das, woher kenne ich das, woher kenne ich das? Das kommt mir so bekannt vor. Und da habe ich durch Zufall dieses Final-Boss-Film nochmal gehört und war so, oh. Ja. Oh mein Gott. Ja. Und ja, aber gut, dass es dann nicht nur mir so geht. Aha, nope. Das ist mir dann auch sofort sehr bekannt vorgekommen. Ja, aber in die andere Richtung halt, ne? Ja, in die andere Richtung dann, ja. Ich habe zuerst einen Nemo-Song gehört und dann eben den Song, bei dem wir es genau umgekehrt, ja. Ich hätte vielleicht, ich soll es vielleicht nicht über ein halbes Jahr brauchen, um Spiele durchzuspielen. Dann wird es vielleicht nicht passieren. Ja, möglicherweise. Aber ja, mit Ichiban's Part bin ich also, glaube ich, dann. Und jetzt bin ich mit Kiri noch ein bisschen unterwegs. Ich mache noch ein paar Sachen fertig, die ich jetzt nicht fertig gemacht habe. So ein bisschen Background-Zeugs. Und dann geht es Richtung Finale, I guess. Also es sollte nicht mehr ewig dauern. Ja, freut mich einfach auf den Final-Boss. Ja. Also der hat mir halt gnadenlos den Arsch vermöbelt. Oh, das klingt spannend. Okay. Also das war wirklich absolut keine Gnade. Ich musste tatsächlich ein bisschen grinden, dass ich den hinkriege. Das ist mir bis jetzt noch nie im Spiel passiert. Mir auch nicht vorher. Wenn man sich an den ersten Teil erinnert, an Like a Dragon, also Yakuza Like a Dragon, da hat es eine berühmt-berüchtigte Stelle gegeben, wo man basically gezwungen wird zu grinden, weil man ansonsten einen gewissen Boss nicht schafft. Jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Nee, ich weiß das gerade nicht. Oh? Also ich erinnere mich nicht dran, dass ich in Teil 7 grinden musste. Ich meine, wahrscheinlich, weil du eben jetzt im Grunde dieses Nebending gemacht hast mit dem Turm, mit dem Fighting-Turm, wo man basically die ganze Zeit so ein Turnier-Setting hat, wo man basically immer wieder gegen Leute kämpft, bis man irgendwie ein gewisses Stockwerk ist. Nee, ich glaube nicht, dass ich das gemacht habe. Nee? Okay, ich meine, das Spiel ist lange genug draußen. Du hast Machima First Try geschafft, ohne zu grinden. Machima, 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 warte, 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 warte. Weil, I don't know, das war schon sehr heftig. Das war schon... Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt nicht irgendwie gut gelevelt hätte im Spiel. Oh mein Gott, ich weiß, welchen Kampf du meinst, ja. Ja, der hat mich einfach komplett eingestammt, der Kampf. Ich hatte keine Chance. Ich habe da nicht gegrindet. Ich habe mir einfach sehr viele Items gekauft, und habe mich die ganze Zeit hochgehalten und das irgendwann einfach geschafft. Wow, okay, so kann man es auch machen. Also zumindest in meiner Erinnerung. Das ist auch schon mittlerweile... Warte, habe ich das gespielt? War es 2021, glaube ich. Nee, 2022 habe ich das gespielt. Es ist also eine Weile her. Ja, okay. Also bitte sieh es mir nach, dass ich das vielleicht nicht mehr weiß und das falsche Erinnerung habe. Oh ja. Ach Gott, ich sehe mir gerade ein Video davon an. Holy shit, wie ich mir diesem Kampfsystem nicht mehr klarkommen würde jetzt. Ja, das Upgrade in Infinite Wave. War schon sehr, sehr groß. Bin ich sehr froh drüber. Aber ja, also Infinite Wave hat auch nicht wirklich so den Moment gehabt, bis jetzt, wo ich wirklich gezwungen worden bin zu grinden. Also bin ich echt auf den Final-Pass gespannt. Ich halte mich dann auf den Affen, sobald ich ihn geschafft habe. Ja, also der ist schon ein bisschen heavy. Was aber bei mir auch daran liegen könnte, dass ich mit den Charakteren halt nicht so gut umgehen konnte, wie mit denen, die mit Ichiban unterwegs waren. Oh, okay, ja. Also weiß ich nicht, wie es dir geht, aber ich kam halt mit Kiryos Truppe wesentlich weniger gut zurecht. Mhm. Einfach, weil ich mir die ganze Zeit, wenn ich Kiryu gespielt habe, gewünscht habe, ich will wieder Ichiban spielen. Ah! Oh, ja. Das ist ein bisschen durch die Story gerusht. Weil Hawaii war doch ein bisschen ein interessanteres Setting. Ja, eben, weil Hawaii kannte man halt noch nicht. Mhm, eben, ja. Und Hawaii war auch der Ort, wo einfach der ganze Plot passiert ist in dem Sinn. Wo einfach die ganzen aufregenden Sachen passiert sind. Also ja, ich kann es da vollziehen. Ich habe mir auch immer gedacht, von wegen, ich würde jetzt schon gerne zu Ichiban zurück, um zu sehen, wie es weitergeht. Ja, deswegen habe ich da immer ein bisschen mich beeilt. Mhm. Gut, aber soweit dann zu den Spielen, die wir gerade spielen. Ja. Und jetzt würde ich sagen, starten wir doch erstmal rein in unseren Newsrückblick. Ja. Und den Newsrückblick, den beginnen wir heute mit einer Art Reminder. So, für alle, die eine Xbox 360 ihr eigen nennen oder das vielleicht bald wollen und da noch das ein oder andere Spiel kaufen möchten. Der Xbox 360 Marketplace schließt am 29. Juli seine Pforten. Das heißt, dann kann man für die Xbox 360 keine Spiele mehr kaufen. Genau, ja. Und ich darf auch nicht runterladen. Also Online-Spiele natürlich. Online-Spiele. Physisch natürlich schon noch, aber Online-Hälter. Ja, physisch natürlich schon. Ähm, aber sowohl DSCs als auch Spiele sind dann nicht mehr digital käuflich. Mhm. Und auch irgendwelche Gamerpicks und Avatare und sowas, das verschwindet alles mit Ausnahme der Spiele, die abwärtskompatibel gemacht wurden für die Xbox Series beziehungsweise die Xbox One. Mhm. Das heißt, alle abwärtskompatiblen Spiele sind auch weiterhin verfügbar, so beispielsweise Sonic Unleashed, Sonic and All-Stars Racing Transformed, um mal ein paar Sonic-Spiele zu nennen. Äh, und eigentlich, basically, die komplette Sonic-Library, abgesehen von drei Titeln, die nicht abwärtskompatibel sind. Ja, genau. Die könnten für immer verschwinden. Und eines davon ist Sonic and Saga All-Stars Racing. Das erste, ja, All-Stars Racing, basically, mitsamt seinen DLCs. Wir haben das nämlich gerade nochmal gegengecheckt. Ich dachte, das wäre abwärtskompatibel, ist es aber nicht. Nope, nur Transformed. Also Transformed könnt ihr weiterhin noch kaufen jetzt online bei Xbox, aber nicht mehr im Vorgang. Ja, den ersten Teil. Und hier der kleine Hinweis, das ist die einzige Spielversion, bei der es Banjo-Kazooie als Spielwaren-Charakter gibt. Oh yeah, genau. Deswegen habe ich mir auch die Version damals geholt. Da kann ich mich erinnern, wie ich meine Xbox 360 hatte. Also wäre das vielleicht ja noch ein Blick wert. Und die Spiele sind übrigens alle gerade spottbillig. Warte. Xbox. Es heißt auf der Xbox übrigens nur noch Sonic and Saga Racing im Store. Oh. Und es ist doch nicht so spottbillig. Es kostet tatsächlich 20 Euro immer noch. Wow. Oh, damn. Okay, für so leute Spiele. Und dafür verschwinden jetzt das Hauptspiel Metal Sonic and Death Egg Zone. Ryo Hazuki mit dem Forklift Truck. Das sind beides DLCs gewesen. 96 für Metal Sonic and Death Egg. 3,79 für Ryo aus Shenmue. Und dann gibt es jede Menge Avatar-Items wie I.I. Monkey Ball Pro, Beat Brille, Billy Hatcher Helm, Dr. Eggman Brille, Krabbenfleisch Accessoire, was? Offizielle Racing Mütze, Racing T-Shirt, Racing Helm, Racing Helm und, und, und. Ich glaube, Krabbenfleisch ist eine sehr schlechte Übersetzung von Crab Meat. Crab Meat, ja. Es ist halt auch ein Crab Meat. Ja. Das Home Theme, also wie gesagt, die ganzen Avatar-Items verschwinden. Unlock All Characters and Tracks ist ein DLC für 4,49. Oh. So was gab es? Scheinbar. Ist mir jetzt auch neu, aber... Es war ein fucking DLC, dass du alle Charaktere im Spiel freischalten kannst und auf einen Schlag. What the actual fuck? Im Vergleich zum PC bekommt man auf Xbox wahrscheinlich nicht so einfach Savegames drauf. Also ja. What the fuck einfach? 5 Euro dafür ist schon ein bisschen heftig. Wow. Dann ein Xbox-Homescreen-Theme von Sonic & Sega All-Stars Racing. Und Seite 2 tut sich gerade schwer mit dem Laden. Da sind nur Trailer, aber die braucht man ja nicht. Ja. So, das verschwindet alles von Sonic & Sega All-Stars Racing featuring Banjo-Kazooie. Genau. So, das nächste Spiel, was dann nicht mehr digital kaufbar ist. Und wir haben es tatsächlich vergessen. Und das, obwohl wir es gerade erst durchgespielt haben, ist Sonic Freeriders. Sonic Freeriders ist nicht abwärtskompatibel, ja. Das heißt, solltet ihr vorhaben, das irgendwann nochmal spielen zu wollen und das digital kaufen wollen, auch das verschwindet. Und für 1999 ist es gerade im Xbox-Store verfügbar. Ansonsten ist da noch eine Demo drinnen. Ich glaube, die würde ich mir vielleicht sogar nochmal runterladen, weil die Demos gerne mal ein bisschen verschieden sind. Okay, ja. Und ja, wie gesagt, das ist dann halt weg. Und nein, das kann man leider nicht auf der Xbox One mit dem Xbox One Kinect spielen, sondern man braucht wirklich das Xbox 360 Kinect. Und warum zum Fick kostet die Retail-Version 70 Euro bei Amazon? Haben die den Arsch offen? Ich schätze mal, weil es vielleicht auch einen gewissen Seltenheitswert hat. Sammlerwert. Mit gebraucht, sehr gut. 19,60 Euro. Was? Hashtag nicht sponsert, by the way. Ich habe das jetzt irgendwie erwartet, dass es ein Fünfer kostet oder so. Auf Ebay 15 Euro, 20 Euro, 29 Euro, 39 Euro, 15 Euro, 12 Euro aus Österreich. Oh, damn. Letztendlich da zugreifen. 15 Euro. Wow. Oh, der Soundtrack aus Japan. 26,75. Hm. Hm. Den Tab lasse ich mal offen. Und für mich persönlich das kritischste Sonic-Spiel, was halt verschwindet, und da kann ich jetzt gerne für gesteinigt werden, aber das ist Sonic 06. Mhm. Sonic 06, ungeachtet meiner Meinung zu dem Spiel, finde ich das unheimlich schade, dass das niemals abwärtskompatibel gemacht wurde. Ja. Ähm, und ja, das kostet halt gerade, das ist wirklich zum absoluten Spottpreis, für 4,79 Euro ist das verfügbar. Wow, okay. Also, falls ihr dieses Spiel möchtet, schlagt zu. Mhm. Ähm, ich kann das halt nur empfehlen, auch wenn ihr gerade keine 360 habt, euch aber plant eine zu holen. Die Xbox-Version ist die Spielversion, die ihr haben wollt. Und für 5 Euro macht man da auch nichts mit falsch. Weil dafür, weiß ich nicht, das Spiel hatte halt schon einen Impact. Ein sehr negativen Impact, aber einen Impact, ja. Ja, also die Sache ist halt, wie soll ich das formulieren? Natürlich ist Sonic 06 kein absolutes Meisterwerk oder sonst was. Aber erstens kostet das Retail mittlerweile 40 Euro, wenn man das gebraucht kauft. Oh echt? Ich schicke das gerade auf Ebay gegen, äh, die deutsche Version, okay, hier ist es einmal für 30, aber auch 4 Euro Versand drauf, also, das ist gar nicht so einfach zu kriegen. Okay, vielleicht hat sich meine Version noch ein paar Jährchen aufgehalten und wird sich irgendwann für 100 los. Äh, und zweitens, äh, naja, also, Sonic 06 ist meiner Ansicht nach schon ein Spiel, was man nicht einfach ausradieren sollte aus Sonics Legacy. Auch wenn Sega das manchmal gerne versucht. Ja, so wie Sega beim letzten Panel getan hat, unter anderem. So wie Sega das bei mehrfach, mehrfach bei Panage schon getan hat, weil es ist mittlerweile 20 Jahre her, man kann auch mittlerweile einfach sagen, Schwamm drüber. Aber ich finde das für Videogame Preservation halt unheimlich wichtig, dass man, weil Sonic 06 Charakter, da kann man so viel dran lernen einfach, wie, ja, wie Game Development einfach nicht funktionieren sollte. So in etwa, ja. Und außerdem ist es halt immer ein cooles Ding zu streamen, weil, weiß ich nicht, irgendjemand findet sich immer, der das lustig findet, wenn man da irgendwelche Glitches macht. Sonic 06 war auch ein sehr ambitioniertes Ding und ich finde, das kann man appreciaten, was sie machen wollten damit, nämlich basically ein Sonic Adventure 3. Ja, auch wenn es total in die Hose gegangen ist, ja. Und, I don't know, Sonic 06 ist halt, wenn du an Sonic denkst, dann ist Sonic 06 eines der Spiele, an die man denkt. Leider, aber. Also, nicht immer aus den ehrenwertesten Gründen, sagen wir es mal so, aber trotzdem so, finde irgendjemanden auf der Straße und frag den, hey, an welche drei Sonic Spiele denkst du als erstes? Sonic 06 wird bei jedem in dieser Liste drin sein. Ja, hab ich gesagt, das liegt auch basically daran, wie schlecht das Spiel ist, dass es einfach einen legenderen Status erreicht hat, deswegen. Ja, aber ich finde es halt trotzdem falsch, das einfach wegzuradieren. Ich meine, das sowieso, da bin ich auch froh über dir. Es gab damals, Xbox hat damals nämlich Umfragen gemacht oder man konnte voten für Spiele, die man gerne abwärtskompatibel gemacht haben möchte, dass man das auf der Xbox One seinerzeit noch spielen kann. Sonic 06 war eines der meistgevoteten Spiele, mit großem Abstand, so von Sonic sowieso. Das hat irgendwie, I don't know, der letzte Stand, den ich im Kopf habe, war bei 30.000 Votes oder sowas. Wow, yeah. Und das ist eine Menge. Und ich habe gerade so lange durchgeredet, dass mein Spotify-Playback pausiert wurde. Ups. Und damals wurde halt gesagt, so, die Leute verwechseln das ja nur mit dem ersten Sonic the Hedgehog. I don't know, ich glaube nicht. Ich glaube, die Leute wollten das haben. Sonic-Fans kennen schon den Unterschied. Ich glaube wirklich, die Leute wollten das haben. Und ganz ehrlich, das Ding, abwärtskompatibel auf der Series X, allein für die Ladezeiten, würde sich das so hart lohnen. Das Spiel wird ja schon eine Millionfach besser, wenn man die Ladezeiten rausnimmt. Ja, es wäre auf jeden Fall ein angenehmeres Spiel, an demnächst. Eindeutig. Ja, und ich finde es einfach schade, dass das jetzt irgendwie verschwindet vom Xbox Marketplace. Also, das ist halt so der größte Titel, der mir einfallen würde, der jetzt halt dann nicht mehr verfügbar ist. Weil Sonic Freeriders kriegt nicht wirklich einen Hahn nach. Nein, ja, man braucht ja auch Kinect. Die Hürde ist einfach ein bisschen größer. Ja, und Sonic & Sega Osters Racing kann man halt am PC kaufen, digitalen weiterhin. Retail natürlich, beide Spiele, Sonic 06, kann man halt auch an der Xbox noch Retail kaufen. Von einer PS3, auch wenn ich es nicht empfehlen würde, Retail kaufen. Aber so digital, Sonic & Sega Osters Racing ist noch verfügbar. Und Banjo Kazooie gibt es locker auch einen Mod für einen PC, wo der reingemoddet wird. So 100%. Aber Sonic 06 ist dann digital einfach weg. Das ist ausradiert digital. Und die DLCs natürlich ebenfalls. An die Sonic 06 DLCs kommt man dann auf gar keinen Fall mehr in irgendeiner Form ran. Außer man hackt halt seine Konsole. Das ist dann auch ein Problem, weil selbst wenn man sich das Spiel dann physisch kauft, auf der CD sind die DLCs ja nicht drauf. Also die DLCs verschwinden wie immer in dem Sinn. Also David, jetzt muss ich dich mal kurz aufklären. Sonic 06 ist ein Spiel, wo du eigentlich nur Freischaltkeys als DLC kaufst. Genau, ja. Weil die sind tatsächlich auf der Diske drauf. Aber man hat halt keinen Zugriff mehr drauf. Keine Ahnung. Das ist ein regulärer Spieler, der sich da in der Sache jetzt nicht wirklich auskennt, wie man das irgendwie cracken kann. Ja, also hast du halt schon recht da. Und ich schaue gerade nebenher mal an meiner Xbox. Weil über den Store kann man witzigerweise die DLCs gar nicht kaufen. Oh, okay. Also über den Webstore am PC. Geht nur ingame? Nicht ingame. Aber meine Xbox hat gerade, die kann sich gerade nicht anmelden. Was soll denn das jetzt schon wieder? Ich kann mit der Xbox gerade nicht online gehen. Das heißt, ich kann jetzt nicht mal in den Store gucken. Die haben den nicht heute schon abgeschaltet, oder? Hoffentlich nicht. Das war auf den 29. Also, das wäre schon blöd. Nein, aber ich bin der Meinung, man musste die tatsächlich an der Xbox dann einzeln kaufen. Ich würde halt gerne die Preise nochmal gegenchecken. Im Zweifel mache ich das jetzt nebenbei bei der Folge und sage das nachher nochmal als Update. Punkt ist, Sonic 06 verschwindet. Die DLCs verschwinden. Die kann man halt dann nicht mehr kriegen. Aber das ist schon irgendwie, ich finde es schade. Ja, wie gesagt, allein aus Videospiel-Preservierungsgründen ist es einfach. Mies, dass Spiele für immer verschwinden. Das ist immer blöd. Ja, definitiv. Aber hey, was will man machen? So funktioniert die Welt. Es ist jetzt, abgesehen von Sonic 06, finde ich die Abschaltung von dem Store weniger kritisch als damals beim 3DS. Okay, ja. Also, beim 3DS war das halt heftig, was wir da verloren haben. Ja, und irgendwie auch so schnell verloren haben, weil der 3DS ist jetzt nicht so extrem alt. Bei der Xbox kann man das Argument machen, das war jetzt vor drei Generationen. Bei der Xbox 360 von daher okay, aber I don't know. Okay, die DLCs kriegt man tatsächlich nur auf der Konsole, wenn man bei den Spieldetails reingeht. Aber ich kann die Preise nicht angucken. Oh, no, okay. Weil ich sie gekauft habe. Ich glaube aber, die waren im Schnitt 3 Euro. Es gibt halt hier Dr. Eggmans Bilderpaket, Dr. Eggmans Thema, Memorial Sonic Bilderpaket. Das war, glaube ich, gratis. Diese Bilderpakete waren, glaube ich, gratis. Memorial Sonics Thema, Missionspack Shadow sehr schwer, Silver sehr schwer, Sonic sehr schwer. Dann noch ein Xbox Theme für Shadow für 60 Cent. Shadow Rouge Omega Bilderpaket 1,20. Soliana Bilderpaket 1,20. Silver Amy Blaze Bilderpaket 1,20. Für Silver habe ich ein Theme gekauft. Ich nehme mal an, das hat auch 60 Cent gekostet. Soliana Theme 60 Cent. Das Spiel, wie gesagt, 4,79 Euro. Ein Sonic Theme gibt es noch für 60 Cent. Shadow Boss Angriff als Episode. Amigo Team Angriff als Episode. Silver Boss Angriff als Episode. Und, äh, wen habe ich nicht gesagt? Sonic Boss Angriff als Episode. Das sind halt alles die Sachen, die jetzt verschwinden werden. Und ein Sonic Tales und Knuckles Bilderpaket. Also, ja. Schaut es euch an. Wenn ihr das noch haben wollt, ja. Jetzt, ihr habt basically noch ein bisschen mehr wie eine Woche Zeit dafür. Das kann man aber, wie gesagt, über den Webstore nicht kaufen. Dafür braucht ihr tatsächlich eine, ähm, eine Xbox 360. Und das ist, ich finde es einfach, einfach schade. Ja, es ist blöd, ja. Wie gesagt, man kann zu Sonic 06 stehen, wie man will. Jeder kennt meine Meinung zu dem Spiel. Aber trotzdem ist es einfach schade, dass es jetzt irgendwie nicht mehr leicht erhältlich sein wird. Außer zu sehr heftigen Preisen, die jetzt natürlich wahrscheinlich nochmal hochgetrieben werden. Jetzt, wo es digital noch nicht mehr verfügbar ist. Also, ja. Es ist alles nicht, nicht gut. Es ist immer schade, wenn Spiele einfach Opfer der Zeit werden und für immer verschwinden. Ja, gerade ein Spiel wie Sonic 06, was halt in der Fanbase, ja, sei ja auch negativ gewesen, einen riesigen Impact hatte einfach. Es hat einen coolen Start, das ja auch in einem gewissen Sinn. Wäre 06 nicht so verrissen worden, wäre, glaube ich, Unleashed niemals so gut geworden. Maybe. I don't know. I mean, Unleashed wurde auch zerrissen. Eben. Aber Unleashed war halt trotzdem gut. Mhm. Aber gut. Xbox 360 Marketplace schließt am 29. Juli. Xbox 360 und Sonic 06, Sonic Freeriders, Sonic & Sega All-Stars Racing und alles, was an Gamerpics und Avatar-Kleidung und Themes für die Xbox und sowas war. Das ist dann alles weg. Mhm. Weg. Und wir sind wieder allein, allein. So, aber, wie gesagt, für die Leute, die jetzt irgendwie Panik kriegen, hey, oh mein Gott, Sonic Unleashed, ich hab das noch nicht, ich wollte das noch in den Kauf. Keine Sorge, das ist weiterhin verfügbar, so wie sämtliche anderen Xbox 360 Spiele, die abwärtskompatibel sind an Xbox One und Xbox Series X. Und das sind einige. Ja, genau. Falls ihr noch irgendwas holen wollt, was nur auf der 360 ist, greift sie. Ja. Und damit, dein Stuhl, kauf dir einen fucking vernünftigen Stuhl endlich mal. Nö, das ist bequem. Das ist nicht laut. Ja, wir nehmen ja einen Podcast auf. I'm sorry. Ich kann natürlich die ganze Zeit sitzen mit der Steinstatue, aber dann tun mir immer die Gelenke alle weh. Also irgendwann muss ich mich bewegen, tut mir leid. Gut, aber jetzt kommen wir dann endlich mal nach meinem langen Rambling, I'm sorry, kommen wir zum nächsten News. Und die kommt direkt vor der San Diego Comic Con. Ja, ganz genau. Nächste Woche ist San Diego Comic Con. Seitdem am 25. Juli starten. Und da können wir wieder einiges und News zu den verschiedensten Multimedia Franchises erwarten. Und natürlich auch ein bisschen was zu Sonic. Ich glaube jetzt nicht direkt von Sega selbst. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendein Panel von Sega selbst aufdauert wird. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Das hatten wir auf der Anime Convention jetzt. Genau, ja. Entschuldigung. Aber zumindest kann man ein bisschen Sonic Merchandise im Grunde erwarten. Man kann tatsächlich eine Sonic Symphony Performance erwarten. Am 27. Juli in San Diego auch. Also alle, die jetzt bei der Comic Con unterwegs sind. Also falls ihr da seid, ihr wisst ja, wie geil das letztes Jahr in Düsseldorf war. Also fahrt da ruhig doch mal hin und guckt es euch ja an. Nein, ich heule nicht, du heulst. Ja, nö, Kontext für alle, die jetzt irgendwie erst seit Neuem zuhören. Wir hatten nie eine Sonic-Symphonie-Fahrstellung in Düsseldorf. Auch wenn sie angekündigt war und Karten schon verkauft wurden, die es einfach abgesagt waren. Ja, und dann gab es nicht mal das volle Geld zurück. Ja, das ist doch nebenbei. Und die Reisekosten würden natürlich auch nicht erstattet. Die Sachen, die man schon gebucht hat, wie Hotel und Co. Die Absage hat ja wirklich zwei Monate vor Ausdragung stattgefunden. Also ja, deutsche Sonic-Fans sind da ein bisschen gepeiligt, was das angeht. Ein bisschen salty, verständlicherweise. Ein bisschen. Ein bisschen leicht. Ganz leicht, ja, ja. Aber ja, wie gesagt, es gibt eine Sonic-Symphonie-Performance eben im Rahmen der San Diego Comic Con, die basically auch dort stattfindet am 27. Juli. Das Shadow-Motorrad scheint auch auf der Comic Con aufzutauchen, nämlich vom 27. bis zum 28. Juli. Da haben wir auch vor ein paar Folgen im Podcast drüber geredet, dass aktuell ein Shadow-Motorrad, also ein Motorrad, das Shadows Dark Rider nachempfunden ist aus den Videospielen, dass das im Grunde jetzt durch die Welttour, durch Amerika und eben weitere Orte... Also Amerika. Hauptsächlich Amerika, aber ich glaube... So wie die Sonic-Symphonie. Ich glaube, es ist auch schon in Japan gesichtet worden. Ich hab da irgendwann mal was genannt. Ja, David, das ist dasselbe wie mit der fucking Sonic-Symphonie. Das ist die Welttour mit einem Termin in Japan. Herzlichen Glückwunsch. So in etwa, ja. Und vielleicht die UK, wenn wir Glück haben. Also, die Nordamerika-Tour. Ich sollte das spezifizieren. Aber ja, was... Ich bin vielleicht ein bisschen zu ulti. Ein bisschen leicht verständlich, wie gesagt. Aber ja, was natürlich auch in der San Diego Comic Con auftauchen wird, Sonic-mäßig, und das hat es auch letztes Jahr schon gegeben, also war es wahrscheinlich ein relativ guter Erfolg, und sie machen es dieses Jahr nochmal, ist das Sonic Speed Café. Und ja, dieses Sonic Speed Café ist im Grunde... Man kann es mit so Pop-Up-Restaurants vergleichen, oder basically ist es so ein Pop-Up-Restaurant, wo einfach für ein paar Tage, Wochen, je nachdem wie lang es gebraucht wird, einfach Sonic-Essen angeboten wird. Und einfach das Lokal dann einfach so einen Sonic-Stil auch erhält, überall Sonic-Artworks sind. Das Menü ist natürlich sehr stark auf Sonic-Mahlzeiten basiert, und so weiter und so fort. Also wir haben letztes Jahr, glaube ich, schon relativ ausgiebig auch über diese Sonic Speed Cafés gesprochen. Und ja, auch dieses Jahr gibt es auf der San Diego Comic Con ein solches Sonic Speed Café. Und was man erwarten kann, laut Artikel von Tales Channel zumindest, ist auch Shadow Merchandise, also Shadow Items, weil wir haben natürlich das hier auf Shadow, und Sonic X Shadow Generations wird da wahrscheinlich auch ein bisschen gepusht werden in diesen Speed Cafés. Obwohl Mark jetzt das viel mehr verdient hätte, weil er 30. Jubiläum hatte, und der wurde zu seinem ersten Filmauftritt nicht so behandelt wie Shadow gerade. Das ist ein nächstes sensibles Thema angesprochen. Jetzt haken wir wirklich alles ab. Aber ja, wie gesagt, Sonic Speed Café ist da auch wieder mit dabei. Also wenn ihr irgendwie bei der San Diego Comic Con unterwegs seid, könnt ihr mal nach dem Sonic Speed Café Ausschau halten. Und ja, das wäre einfach mal eine kleine Nette News, zu was man sich alles bei der San Diego Comic Con und Sonic-Content erwarten kann. Ist doch ein bisschen was, wenn auch nicht... Oh, genau, eine Sache habe ich doch ganz übersehen. Jack Specific wird auch nochmal bei der San Diego Comic Con mit dabei sein. Sie haben sogar ein eigenes Panel, glaube ich. Und da werden sie unter anderem auch über Sonic Merchandise reden. Also zumindest haben wir in der Hinsicht vielleicht ein paar Neuankündigungen, was Sonic angeht. Yay, neues Merchandise, was erst in fünf Jahren vielleicht mal irgendwo einzeln in einem GameStop oder so rumsteht. Hashtag noch sponsert. Vielleicht kommt es auch in den europäischen Sega Shop, maybe. Ja, bestimmt. Eindeutig. Aber ja, wie gesagt, das wäre so in etwa der Sonic-Content, den sich die Besucher der San Diego Comic Con erwarten können für dieses Jahr. Ja, und was ihr auch hättet erwarten können, was aber revidiert wurde jetzt offiziell, ist, dass Bentley Jones den Titelsong für den Sonic Movie singt, für den Sonic Movie 3. Wir hatten, glaube ich, das mal als News, oder? Mehr oder weniger, also... Also es war ein Gerücht, ja. Genau, ja. Das wurde halt gemutmaßt. Aber das hatten wir hier im Podcast. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Genau, ja. Wir haben im Podcast auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen, dass Bentley Jones basically potenziell mit dem Sonic Movie 3 in Verbindung stehen könnte oder da eine Kollaboration macht. Das ist von Bentley Jones selbst so ein bisschen angeteast worden. und die Fans sind im Grunde darauf aufgesprungen und haben sich gedacht, wow, das ist ziemlich cool. Also wird Bentley Jones wahrscheinlich eine Version von Live & Learn singen, das würde sich anbieten. Und ja, nicht ganz. Also die Live & Learn Version von Bentley Jones ist tatsächlich ein Ding, aber Bentley Jones hat gleichzeitig jetzt auch... Ich möchte dich übrigens kurz... Ich muss dich kurz garantieren. Live & Learn. Live & Learn, nicht Live & Learn. Oh Gott. Wir nennen es Live & Learn als unsere Livestream-Kategorie. Oh, ja. Oh, boy. Ich werde das Lied wahrscheinlich nie mehr richtig aussprechen. Ja, mir ist es halt auch erst gerade so... Mein Kopf so ratter, ratter, ratter. Wait a minute. Das stimmt doch nicht. Ja. Okay. Entschuldigung. Ja. Natürlich Live & Learn. Und ja, Live & Learn, wie gesagt, Bentley Jones hat so ein bisschen geteast, dass Live & Learn, eine Version von ihm, von Live & Learn im dritten Sonic-Film dabei ist. Das ist jetzt allerdings nicht der Fall, wie Bentley Jones bestätigt hat. Er hat nämlich jetzt seine persönliche Live & Learn Version auf YouTube hochgeladen und hat dazu gesagt, basically, dass dieses Projekt jetzt nicht mehr mit irgendeinem, oder dass dieses Lied jetzt nicht mehr mit irgendeinem Sonic-Projekt in Verbindung steht. Also weder zu irgendeinem Sonic-Projekt, irgendeinem Studio oder irgendeinem Unternehmen. Also was da auch immer eventuell für den dritten Film geplant war, hat sich leider nicht ergeben. Und dementsprechend ist die Version von Live & Learn jetzt veröffentlicht worden von Bentley Jones. Kann man sich auf YouTube anhören. Und yeah, ich habe reingehört. Es klingt sehr anders im Vergleich zum Original. Ich mag es nicht. Wer Bentley Jones kennt, der weiß, was er bekommt. Also Bentley Jones war ja schon an früheren Sonic-Projekten beteiligt. Dreams of an Absolution ist scheiße. Nope, ist es nicht. Dreams of an Absolution ist großartig. Und unter anderem auch den Titelsong zu Transformed. Wird er noch mal geheißen? Das liegt mir irgendwie auf der Zunge, aber mir fällt er leider nicht ein. Aber Bentley Jones hat eben den Titelsong zu Sonic & All Stars Racing Transformed auch gemacht. Und ja, jetzt, wie gesagt, die Live & Learn-Version. Nicht Transformed. War es nicht Transformed? Nein, das ist eine originale All Stars Racing. Das war das originale All Stars Racing? Echt? Ja. Aha, okay. Mein Fehler wieder. I don't know. Warte, ich kann dir auch sagen, wie es hieß. So much more. So much more. Das war das originale? Echt? Das war Sonic & Sega All Stars Racing, ja. Okay. Mein Fehler, ja. Dann habe ich das auch verwechselt. Aber ja, wie gesagt, die Version von Bentley Jones von Live & Learn ist offiziell zur Verfügung, hätte eventuell in dieser Form im Sonic Movie 3 auftauchen können, macht es jetzt aber nicht. Wo sich jetzt gewisse Fans natürlich fragen von wegen, hey, heißt das jetzt, dass Live & Learn komplett aus dem Sonic-Film gestrichen wurde? Und ich würde sagen, nö, das würde ich jetzt noch nicht als Bestätigung dafür sehen. Sie können basically sich auf einen anderen Sänger geeinigt haben. Sie können vielleicht, wer weiß, vielleicht haben sie jetzt doch irgendwie die Rechte zum Originalsong bekommen, weil da hat ja Johnny Giolli letztens mal bestätigt, dass eben nicht das Original im Film mit dabei sein wird, aber Live & Learn irgendwie dann doch im Sonic Movie 3 gefeatured werden wird. Und vielleicht haben sie inzwischen auch die Originalrechte sichern können, wer weiß. Das würde ich jetzt nicht als Bestätigung sehen, dass Live & Learn in keiner Form im Sonic Film 3 dabei sein wird. Aber die Bentley Jones Version wird es auf jeden Fall mal nicht sein. Und das kann jetzt natürlich jeder Fan sehen, wie er will, nachdem man sich diese Version angehört hat. die steht jetzt frei auf YouTube zur Verfügung. Ja, ich bin ganz glücklich darüber. Ja, wie gesagt, ich finde die Version nicht schlecht, aber man muss sich halt sehr stark umgewöhnen und ich weiß auch nicht, wie gut diese Version jetzt auch in den dritten Film gepasst hätte. Das ist doch eine sehr andere Vibe. Ich werfe halt einfach mein Feuer in den Ring, ne, mein Ring ins Feuer. Das ist halt einfach, dass sie jemanden gefunden haben, der das anders singt. Das ist bei den Spielen ja gang und gäbe. Das war bei den Spielen basically schon immer so. Das ist ja auch der Grund, warum wir zu vielen der Main Themes aus den 2000ern immer auch eine Crush 40 Version dazu hatten. Beispielsweise von Free, von Seven Rings in the Hands und, und, und. Weil Crush 40 eben das auch gesungen hat und sich damit beworben hat. Und dann wurden sie halt aber nicht genommen. Maybe, yep. Wobei das witzigerweise, witzigerweise sind die teilweise auf den offiziellen Soundtracks mit drauf, wie beispielsweise Free oder auch Seven Rings in the Hand von Crush 40, His World von Crush 40. Die sind alle auf den offiziellen Soundtracks. Das finde ich interessant. Ja, ja, genau. Also wie gesagt, das muss jetzt nicht sein, dass Crush 40 ursprünglich diese Songs singen hätte sollen, sondern Crush 40 hat halt immer so eine eigene Remix-Version gemacht, weil sie halt die definitive Sonic-Band waren zu der Zeit. Naja, ich gehe ja davon aus, dass die sich beworben haben und es wurde sich dann halt aber als richtiges Mainfilm für jemand anderen entschieden, wie beispielsweise Zebrahead mit His World. Maybe, ja. Keine Ahnung, wie gesagt, wir haben da nicht wirklich einen Einblick in die Hintergründe, wie die ganzen Mainfilms da entstanden sind. Ja, und Live and Learn werden sie aus dem dritten Film niemals streichen können. So, ganz ehrlich, das funktioniert nicht. Ich glaube auch nicht. Also ich rechne schon stark damit, dass irgendeine Version von Live and Learn und wenn es gleich irgend so ein kurzes Piano-Render ist, das einfach ein paar Sekunden spielt, dass irgendeine Version definitiv dabei sein wird. Die Chance können sie nicht einfach so hergeben. Das geht nicht. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr euch die Bentley Jones Version von Live and Learn anhören wollt, ist auf YouTube verfügbar und Bentley Jones hat dann auch noch nebenbei erwähnt, dass er gerade an einem eigenen Album, Memoriam, arbeitet, wo auch ein paar Sonic Songs wieder mit dabei sein werden oder Songs, die zumindest von der Sonic Franchise inspiriert sind oder von der Sonic Franchise inspiriert sind. Also dementsprechend kann man da dann eventuell auch mal reinhören, wenn man Bentley Jones Musikstil mag und da einfach gern mehr davon hören würde, was er mit der hinsichtlich der Sonic Franchise und bekannten Sonic Liedern. Ja, und wo wir schon gerade beim Thema Sonic Movie 3 sind, können wir eigentlich auch damit direkt weitermachen, nämlich, äh, es gibt erste Menschen, die den Film komplett gesehen haben, scheinbar. Ja, und wo wir schon bei Musik zu Sonic 3 sind, das ist auch in dem Sinne musikalischen News. Ja, ja, irgendwie passt das ganz gut zusammen, hast du recht? Ja, stimmt tatsächlich, nämlich, wir haben eine kleine Bestätigung oder ein kleines Update von Chunky XL und Chunky XL ist im Grunde der Künstlername von Tom Holkenborg und Tom Holkenborg hat unter anderem auch den Soundtrack zu Sonic the Hedgehog 1 und 2, also zu den beiden Filmvorgangern gemacht und basically ist, hat Chunky XL die Chance jetzt bekommen, also Chunky XL macht dann auch den Soundtrack zum dritten Film oder hat den schon gemacht, ich gehe stark davon aus, der ist inzwischen fertig. Ja, ich auch. Und hat basically die Chance bekommen, Sonic the Hedgehog 3 in seiner Gesamtversion anzuschauen. Und natürlich kann jetzt im Grunde Tom Holkenborg dazu nicht wirklich viel erzählen, aber er hat erzählt, der Film ist fertig, soweit er das jetzt sehen konnte, also er hat wirklich die komplette Version von Sonic the Hedgehog 3 gesehen. Und meanwhile haben wir noch nicht mal einen Trailer. Ja, wir haben doch niemals einen Trailer. Die ersten News kommen halt so, oh mein Gott, ich habe den Film komplett gesehen und wir sitzen hier so, hey, können wir einen Trailer vielleicht? Bitte. So 30 Sekunden reichen schon, aber kleiner Theseer. So, das wäre schon cool, weil, hey, der kommt in fünf Monaten raus. Yeah. Also ich muss zugeben, ich bin ein bisschen neidisch. Ja, Gamescom Opening Night Live. Maybe, das könnte sich anbieten. Das Ding ist von Geoff Keighley, natürlich kompletter. Ja, werde ich das erste Mal. Aber ja, wie gesagt, das ist einfach so eine nette kleine Info jetzt von der offiziellen Quelle, dass Sonic the Hedgehog 3, dass der Film basically komplett ist, also dass jetzt wahrscheinlich nur mehr ein bisschen Feinschliff gemacht wird, aber der Film an sich eigentlich fertig ist. Und ja, das ist eine nette Info. Sie sind definitiv am Pace für einen Release Richtung Dezember dann. Und ja, es gibt jetzt Leute, die den kompletten Film gesehen haben und auch wenn diese Leute jetzt wahrscheinlich nicht darüber reden können, ist es nett, dass jetzt einfach der Film in fertiger Version da ist und wir die Bestätigung haben von wegen, hey, es ist alles fertig, freut euch auf den Dezember. Und auch wenn wir diese Leute hassen, wünschen wir ihnen trotzdem nur das Gute. Tun wir nicht. Doch, absolut. Wir sind nur neidisch. Ja, das ist, das drücke ich durch Hass aus, David. Wow. Neid und Hass liegen dicht beieinander. Wut und Hass sind die Wahrheit, um einen Kingdom Hearts zwei Bösewichten zu zitieren. Ja, habe ich nie gespielt. Ich verstehe nur Bahnhof. Wow. Aber gut, das ist unsere große Sonic Movie 3 News für diese Woche gewesen. Also wir haben, wir haben länger keine Sonic Movie News mehr gehabt, glaube ich. Deswegen war nett mal wieder was zu haben, I guess. immer nur so Kleidigkeiten wie diese Figuren Leaks zum Beispiel. Und ich merke gerade, dass ich die News halt wirklich blöd gestaffelt habe, weil wir gehen jetzt einfach wieder zurück zur San Diego Comic Con. Genau, ja, bestimmt. Wir haben nämlich noch eine kleine News zur San Diego Comic Con, auch eine Sonic News und genauer gesagt eine Sonic Comic News. Nämlich, es ist üblich, dass es bei solchen Conventions immer so mal exklusive Cover zu IDW-Ausgaben gibt. Haben wir in der Vorhung halt schon gehabt, werden wir auch in der Zukunft haben. Und die San Diego Comic Con ist da natürlich absolut keine Ausnahme. Wir bekommen, oder basically alle, die in die San Diego Comic Con, also die, die San Diego Comic Con besuchen, bekommen ein exklusives Cover zu Ausgabe Nummer 70. Und diese Ausgabe Nummer 70, die ist schon eine gute Welle draußen. Inzwischen ein bisschen mehr als zwei Wochen, glaube ich. Und diese Ausgabe ist auch der erste Auftritt des Phantom Rider im aktuellen Sonic Riders angelehnten Arc. Wer ist denn der Phantom Rider, David? Das kann ich natürlich absolut nicht spoilern, auch wenn es natürlich 100% offensichtlich ist. Aber da lasse ich je ganz ehrlich, wir haben vorher schon gerätselt, wer das sein könnte. Wir wussten es nicht von Anfang an. Das stimmt allerdings, bevor sie es dann irgendwie in eine Beschreibung reingepackt haben. Sie haben es literally auf dem Cover gepackt. Ja, bevor es dann in der ersten Ausgabe von dieser Riders ähnlichen Arc einfach direkt schon enthüllt wurde. Ich sollte das langsam mal lesen. Solltest du? Der Start war wirklich richtig nice. Ich habe mein Comic-Mittwoch-Review basically schon fertig, wo ich gerne ein bisschen drüber geredet habe und ich habe am Freitag dann vergessen, halt nicht am Freitag, am Mittwoch dann vergessen, es hochzuladen auf die Seite. Wow, David, wow. Ich muss legit nur mehr auf Veröffentlichen klicken. Ich sollte mir echt mal überlegen, dass ich das einfach automatisch machen lasse. Aber ja, nächsten Mittwoch sollte das Review dann definitiv da sein, leider eine kleine Eigenwerbung. Aber ja, dieses... Also, lest Davids Comic-Mittwoch-Reviews. Genau, ja. Das ist gut für euch. Ja, hoffe ich. Bisschen Bildung. I don't know, ob ich damit einen Bildungsaufdruck erfülle, aber ja. Aber ja, wie gesagt, dieses Convention-Exclusive-Cover von Ausgabe Nummer 70 wird gezeichnet von Gigi Dutre. Auch bereits eine sehr begnadete Zeichnerin eben für die I.D.W. Comics. Sieht man immer wieder mal ein Cover von Artworks davon. Und ja, in diesem Cover sieht man natürlich den Phantom Rider und man sieht Serge und Kit jetzt so ein bisschen im Hintergrund. Sie wirken sehr unerfreut über diesen Auftritt dieses neuen Renn-Teilnehmers. Ja, weil er die vermutlich alle in Grund und Boden fährt. Wahrscheinlich, ja. Wenn man weiß, wer es ist, dann kann man davon ausgehen. Aber David, wer ist denn das jetzt? Hust, Sonic, Hust. Was? Das kannst du doch jetzt nicht einfach so sagen. Es ist basically schon offiziell bestätigt von allen Seiten. Also kann ich schon. Ja, es war auch auf Covern schon drauf. Wir haben hier im Podcast schon drüber geredet. Ja. Aber ja, ein sehr cooles Cover. Ich bin schon auch sehr neidisch, was dieses Cover angeht, weil das sieht sehr verdammt cool aus. Das hätte ich mir wahrscheinlich geholt, wenn ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte. 3, 2, 1, eBay. Ja, zu ziemlich heftigen Preisen wahrscheinlich, weil diese Convention-Exklusive-Covers sind teilweise nicht so ohne. Die haben doch einen sehr starken Exklusivwert. Ja, und die sind, glaube ich, auch auf den Conventions gar nicht mal so billig. Ja, maybe. Kann ich mir auch vorstellen. Also ich weiß, dass ich mal eins holen wollte von Natalie for Drain, was sie dann, weil Corona, Lockdown, whatever, hatten sie das digital angeboten. Das kam dann irgendwie 30 Euro oder sowas und dann nochmal Versand drauf vom IDW Radioshop für, weiß ich nicht, nochmal 30 oder weiß so. Nee. Vielleicht doch nicht. I don't know, Brudi. I don't know, ob ich das so fühle gerade. Weiß. Ja, Schon sehr viel Geld für ein Comic-Häftchen. Aber schauen wir doch mal eBay, Hashtag not sponsored, äh, Sonic Comic Convention Exclusive. Findet man doch bestimmt irgendwas. Maybe? Äh, Sonic, der, Sonic Headshot Comic Buch IDW Nummer 1 RE Convention Exklusiv Cover Bösewicht Cover. Ja. Keine Aussage, keine Ahnung, welche Ausgabe das ist für 59,25. Ja, mit diesem Preis kann man wahrscheinlich rechnen. Dann gibt's hier ein, äh, Holo Foil Nummer, also von Ausgabe 7 scheinbar, Convention Exclusive Variant Abdeckung 28,49, aber Versand auch nochmal 23 drauf. Mhm. Äh, Ausgabe 60, San Diego Comic Con 2023, äh, versiegelte Folie, 35, 32 mit 15 Euro Versand. Also ja, die kosten ein bisschen. Ja, Daniel, Sonic the Hedgehog 30th Anniversary SDCC 2021 Exklusiv, äh, Convention Exclusive Cover 20 Euro plus 20 Euro Versand, das ist alright, I guess. Denke ich, ja. Also, man zahlt halt nicht 100. It's something. Es ist etwas, ja. Aber ja, wenn ihr bei der San Diego Comic Con zufällig unterwegs sein solltet, bringt mir eins mit, wenn ihr uns hier zuhört, bringt uns allen eins bitte mit, kauft einfach den ganzen Bestand weg, und ja, und schnappt euch dieses Cover, weil, wie gesagt, man hat nicht oft diese Chance auf einen Convention Exclusive Cover. So, David, wir müssen jetzt aber mal die Züge ein bisschen anziehen, weil ich sterbe hier gerade. Es sind 30 Grad einfach schon. Ja, ich weiß, ich muss auch langsam Mittagessen besorgen, also ja. Machen wir doch mal weiter mit, oh Gott, wir haben noch nicht mal die Hälfte der News fertig, mit dem Sonic Speed Simulator. Ganz genau, und beim Sonic Speed Simulator gibt es aktuell ein kleines Unter-Aufungszeichen Update, äh, es gibt jetzt nämlich Gambling. Yay. Yay. Das ist jetzt ein bisschen kontrovers formuliert, aber basically ist es genau das. Nämlich, im Sonic Speed Simulator werden jetzt sogenannte Golden Eggs hinzugefügt, also goldene Eier, und in diesen Golden Eggs können Entschuldigung. Okay, ich mach einfach weiter. In diesen Golden Eggs können unter anderem auch exklusive Charakter-Skins mit dabei sein und das sind hauptsächlich eben zwei Skins von Knuckles und Rouge, also Goldstyle Knuckles und Goldstyle Rouge und das ganz Besondere an diesen Skins ist, dass sie tatsächlich limitiert sind, also sie haben nur eine gewisse Anzahl. Für Goldstyle Rouge gibt es 2500 Skins oder 500, I don't know, 2500 limitierte Skins, die man bekommen kann. Du bist ja Speed Battle, Speed Simulator Experte, ich hab keine Ahnung von diesem Spiel. Nö, ich hab jetzt nach dem richtigen Wort gesucht. Müsst du das richtige Wort jetzt empfohlen. Und für Goldstyle Knuckles sind es 250. Also, wie gesagt, wenn ihr diese Skins haben wollt, die sind tatsächlich ziemlich stark limitiert und wer weiß, ob sie jemals zurückkommen, weil basically gibt es einen Kommentar von Nibro Krok. Nibro Krok macht unter anderem auch diese alternativen Skins für den Sonic Speed Simulator und da ist angedeutet worden, dass diese Goldstyle Knuckles und Goldstyle Rouge Skins im weiteren Verlauf nochmal zurückkommen könnten, aber aktuell sind sie limitiert auf diese goldenen Eier und die Chance sie zu bekommen ist dementsprechend wahrscheinlich auch nicht allzu hoch. Also ja, das ist schon nicht ohne. Man bekommt basically zwei Gratiseier jeden Tag, allerdings muss man die sich verdienen. David, du machst es mir aber jetzt auch nicht einfach. Man bekommt zwei Gratiseier jeden Tag, ist es dein Ernst? Das steht so da, ich konnte dir es auch nicht mehr anders formulieren. Aber ja, Zahl ist jetzt ein bisschen unglücklich. Also die bekommt man basically gratis, wenn man einfach Zeit mit der Sonic Speed Simulator verbringt und durch die Gegend läuft oder natürlich kann man sich diese goldenen Eier auch kaufen mit Ingame, also mit Robux, mit der Ingame-Währung, die man sich unter anderem dann entweder Ingame verdienen kann oder natürlich auch mit echtem Geld kaufen kann. Also natürlich hat man auch die Chance diese goldenen Eier mit echtem Geld zu kaufen. Und ja, das wäre einfach mal so ein aktuelles Sonic Speed Simulator Update, was Gambling angeht. Es ist ein bisschen heftig, dass diese Skins so stark limitiert sind und dass die Chance nicht allzu hoch ist, die zu bekommen. Also, I don't know, solche Gacha-Sachen in Videospielen, da bin ich sowieso ein bisschen kritisch gegenüber. Und dass der Sonic Speed Simulator das jetzt auch macht, I don't know. Passt ein bisschen auf, nicht irgendwie reinzufallen und euch irgendwie 10 dieser goldenen Eier zu kaufen, nur damit ihr jedes Mal Niete zieht, weil, wie gesagt, die Skins sind stark limitiert. Allerdings, wir haben auch noch mal ein kleines Update, was den Sommershop angeht, der jede Woche so ein bisschen mit neuen Sachen einfach gefüttert wird. Diesmal, also diese Woche, stehen Sommer Silver und Sommer Blaze im Rampenlicht, also zwei Kostüme eben für Silver und Blaze. Das Kostüm von Blaze ist tatsächlich auch eine nette IDW-Anspielung, das gefällt mir ziemlich gut, weil in einem der Annuals war Blaze basically schon in diesem Kostüm zu sehen und um diese Kostüme im Sommershop einzulösen vom Sonic Speed Simulator, ach, Zungenbrecher, müsst ihr Eiscreme wieder entweder kaufen natürlich, auch mit Ingeberwährung oder ihr sammelt sie einfach, indem ihr kreuz und quer durch den Sonic Speed Simulator und die ganzen Umgebungen rennt und dann könnt ihr diese Eiscremes im Grunde gegen Skins eintauschen im Sommershop oder auch gegen Surfboards oder Hoverboards und so weiter und so fort. Es gibt da noch ein paar zusätzliche Belohnungen neben den Skins selbst. Also ja, da habt ihr wieder ein bisschen was an Motivation, diese Eiscreme zu sammeln und einfach den Sonic Speed Simulator zu erforschen. Aber ja, das wäre wohl ein kleines Update zum Sonic Speed Simulator und ja, schaut gerne mal rein. Aber wie gesagt, passt ein bisschen auf, was diese neuen gründen Skins angeht. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zur nächsten News und die nächste News ist schon wieder mit Sonic Riders. Also, ich finde das sehr wild. Wir haben Freeriders durchgespielt, wir haben heute eine News über Freeriders gehabt und jetzt haben wir ein Kalender Artwork, was im Sonic Riders Stil ist. Ja, natürlich. Aus dem Sonic Channel für den August wurde veröffentlicht ein neues Kalender Artwork und aktuell wird ja immer dann auf X, Klammer auf ehemals Twitter, Klammer zu, gevotet. Man möchte dann einen bestimmten Charakter, Charakter soll halt da sein und der jeweils zweite wird gevotet. Dieses Mal war es so, dass gesagt wurde, hey, wir machen ein Artwork mit Jet. Welchen Charakter wollt ihr sehen? Am 31. Mai wurde diese Umfrage gestaltet und zur Auswahl standen Wave, Shadow, Vector und Metal Sonic und gewonnen hat Shadow. Das heißt, wir haben ein Sonic Riders Artwork mit Jet und Shadow und das sieht schon echt cool aus. Ja, tatsächlich. Und das Kalender Artwork ist für den August, das könnt ihr euch wie üblich auf der offiziellen Sonic Channel Website herunterladen als PDF und dann ausdrucken und hinstellen oder was auch immer ihr gerne damit machen möchtet. Das ist auch sehr hochauflösend, man kriegt da das Bild wahrscheinlich auch gut rausgezogen und so. Ah ja, das ist einfach ein sehr cooles Artwork. Ja, ist cool gelungen, nette Riders Anspielung und es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass wir jetzt wirklich ein Artwork mit Jet und Shadow haben. Die zwei sieht man jetzt nicht so oft irgendwie auf einem Bild. Und wir haben ja noch eine Riders News gehabt mit dem IDW Cover. Das ist gerade mit Riders ist ja gerade irgendwie richtig populär so bei uns hier. Schon ein bisschen, ja. Wir haben es genau zur richtigen Zeit mit Freeriders angefangen. Ja, was aber leider ja keine richtige Reihe mehr ist, weil es kommen keine neuen Spiele. Daraus wurde ja eine andere Racing-Reihe gemacht. Ursprünglich mal Sonic & Sega Osters Racing, dann Team Sonic Racing, jetzt ist es dann Sonic Racing eigentlich, so das Sonic Racing Franchise. Und da gibt es ein Spiel, wo wir heute nach Jahren mal wieder ein Update haben, interessanterweise. Ich habe von dem Spiel seit Ewigkeiten nichts mehr gehört und es hat mich sehr überrascht, dass es jetzt einfach random wieder ein Update gekriegt hat. Und es geht um das Apple Arcade-exklusive Sonic Racing. Das hat jetzt Skins bekommen. Also, erstmal einen Skin, nämlich Rockstar Rouge. Die ist jetzt verfügbar und außerdem gibt es neue Zeitrennen und es gibt wöchentliche Bestenlisten. Das ist alles in dem neuen Update und das finde ich ganz cool. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass das Ding nochmal ein Update bekommt. Das letzte war, glaube ich, ein Classic Sonic, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist auf jeden Fall eine Weile her. Ja, das ist eine gute Weile her. Ich glaube, das war zum 30. Jubiläum oder so. Wow, das könnte sogar hinkommen. Und ja, auf jeden Fall ladet euch das neueste Update gerne runter. Ihr braucht aber eine Apple Arcade Mitgliedschaft, um es spielen zu können und die kostet aktuell monatlich ich glaube 7,99 Euro. Bin unsicher. Irgendwie was in dem Dreh. Aber dann bekommt ihr natürlich auch Sonic Dash Plus dazu. Also, an Sonic Spielen bekommt ihr Sonic Dash Plus und Sonic Dream Team natürlich dazu. Und Sonic Dream Team lohnt sich schon. Oh ja. Und eine kleine persönliche Empfehlung, etwas, was ich da gerne spiele über Apple Arcade. Das ist das Taiko no Tatsujin Spiel mit dem Namen Pop Tap Beat. Und Taiko no Tatsujin ist halt so Rhythmus-like Spiel im Stil von Guitar Hero, nur dass man eine Trommel hat. Und das macht halt tatsächlich sehr viel Laune. Das würde ich da noch empfehlen. Wenn ihr euch vielleicht jetzt entscheidet, hey, ich will Sonic Racing jetzt mal das neue Update anschauen, und ich höre mal mir eine Apple Arcade Mitgliedschaft Hashtag Not Sponsored, das klingt gerade wie ein Werbespot. Ich gebe nur Empfehlung, was man noch so spielen könnte. Und 6,99 im Monat aktuell. 6,99 im Monat, okay, danke. Sonic Mania Plus könnt ihr damit nicht spielen, dafür braucht ihr eine Netflix-Mitgliedschaft. Nur so als Hats-up. Wow. Ich hasse Subscription-Services, habe ich das schon mal gesagt? Ja. Es kommt mir so vor, als würde einfach jeder Software-Hersteller einfach nur mein Geld wollen mittlerweile über ein Abo. Natürlich wollen sie das, aber ja. Das ist super nervig. Man verliert ein bisschen den Überblick. So, jetzt kommen wir aber zur Highlight-News, oder zu den Highlight-News. Das große Highlight-Thema Sonic X-Shadow Generations ist es natürlich heute. Denn da haben wir einiges Neues. Ja. Das erste ist aber nicht wirklich was Neues, sondern etwas, was uns aufgefallen ist, dass Tales-Channel da ein Artikel zugeschrieben hat. Und auf den würde ich tatsächlich gerne kurz eingehen, weil wir einen ähnlichen Fehler gemacht haben. Die Rede ist davon, dass wir gesagt haben, hey, es wurde ein neuer spielbarer Charakter angeteast. Jetzt ist rausgekommen, dass das etwas unklar formuliert ist, nämlich auf der Micro-Side war halt neben Shadow ein Fragezeichen-Slot. Das muss nicht bedeuten, dass es ein spielbarer Charakter ist. Es kann auch sein, dass das ein anderer, für die Story wichtiger Charakter sein wird, aber nicht zwingend spielbar. Genau, ja. Und das wollten wir an der Stelle deswegen auch nochmal einordnen, weil, wie gesagt, mir ist es heute aufgefallen, dass Tales-Channel da am 4. Juli schon einen Artikel zu veröffentlicht hat. Und entsprechend fand ich das wichtig, dass wir das dann auch korrigieren entsprechend, weil wir haben definitiv von einem spielbaren Charakter gesprochen. Und das ist so nicht ganz richtig. Es kann ein spielbarer Charakter sein, es muss aber nicht zwingend ein spielbarer Charakter sein. Ja, genau, ja. Wie gesagt, die Vermutung war einfach neu, weil es war Modern Sonic und Classic Sonic und dann daneben Shadow und ein Fragezeichen. Da geht man irgendwie so ein bisschen automatisch davon aus, hey, das wird wahrscheinlich ein spielbarer Charakter für Shadow Generation sein, aber muss nicht sein. Wie gesagt, das könnte auch ein Charakter sein, der irgendwann im Laufe der Story auftaucht, aber den sie noch ein bisschen hinter Verschluss halten wollen. Das muss nicht zwingend bedeuten, dass auch dieser Charakter letztendlich spielbar ist. auch wenn man irgendwie davon ausgehen, auf den ersten Blick davon ausgehen würde. Es ist Emma. Machen wir uns nichts vor. Es ist das Sinnvollste, nachdem wir schon den Teaser für den Short gesehen haben. Mal schauen. Ich glaube halt nicht, dass sie da Maria hinpacken oder Gerald Robotnik, weil die sind ein bisschen too obvious, um das jetzt zu verstecken. Eben, ja. Also, mal schauen. Oder man kann als Black Doom spielen. Wer möchte das nicht? Ja, es fliegt das, keine Ahnung, es fliegt das Sternfisch auch. Yay. Nein, also, wir wollten das nur einordnen. Wir wissen nicht genau, ob es ein spielbarer Charakter sein wird. Wir wissen nur, es wird ein, es kommt noch ein Charakter, von dem noch geheim gehalten wird, was das für einer sein wird und inwiefern der dann Relevanz hat, ob spielbar, ob nur Story-Relevanz, wissen wir nicht. Und mein Vote liegt bei Emma. Oh, ich habe jetzt eine andere Vermutung, die mir jetzt einfach spontan irgendwie gekommen ist. Na, hau raus. Was auch tatsächlich Sinn machen würde als alternativer Skin für Shadow. Mephilis? Ja. Nee, ich glaube nicht, dass Mephilis da so eine tragende Rolle spielen würde. Ich hoffe, er kommt. Er kommt vor. Aber ich glaube halt nicht, dass das eine tragende Rolle ist. Das wird halt so ein Abschnitt sein, den wir halt dann haben, so der Sonic 06 Abschnitt, lol. Weil wir auch, warte, ich sage noch nicht, welches Level wir spielen, weil zu der, das kommen wir noch. Aber ich glaube halt nicht, dass Mephilis da irgendwie eine spielbare Rolle einnehmen wird. Als Skin kann es halt trotzdem sein, dass das ein Shadow Skin wird. Weil wir kriegen ja für Sonic auch Skins. Ja, das denke ich mir eventuell, dass sie einfach einen Mephilis Shadow Skin machen. Aber ja, nee, glaube ich nicht, dass er der Charakter ist, der sich hinter dem Fragezeichen verbirgt. Ja, so wie zum Beispiel Shadow auch für die Sonic Level in Sonic Forces einfach nur ein Sonic Skin war, ohne irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Es war tatsächlich nicht ausschließlich ein Sonic Reskin, die haben halt die Animationen auch verändert und alles. Okay, gut, das stimmt, ja. Gut, aber kommen wir zur wirklichen ersten Sonic X Shadow Generations News und das ist eine, die mich persönlich mega freut, denn die Sonic the Hedgehogs Social Media Kanäle haben gepostet auf verschiedenen Kanälen wie Instagram auf x Klammer auf ehemals Twitter Klammer zu Punkt, ich glaube, das war's. Das, also auch auf Deutsch tatsächlich und dadurch ist es mir aufgefallen, weil ich ja dem deutschen Account folge auf Instagram, auf vielfachen Wunsch enthalten alle physischen Vorbestellungen von Sonic X Shadow Generations ein Wendecover mit der japanischen Kunst für das Spiel. Doppelte Kunst, doppelter Spaß. Oh, das schreit so hart. nach AI Translated. Ja, das war AI Translated. Das wird aber bei uns nicht Kunst nennen, das, keine Ahnung. Naja, wobei, es gab früher mal einen kleinen Trendbegriff in Anführungsstrichen auf Twitter, dass man Boxarts tatsächlich übersetzt hat, so in der Community mit Schachtelkunst. Boah, das habe ich tatsächlich noch nie gehört, aber keine Ahnung, das war halt mal so ein Ding, dass man das auch mal so genannt hat. Aber unsere Schachtelkunst kann man halt eh in die Tonne treten, weil dieses gigantische USK-Logo in Shadows Fresse sein wird. Natürlich, aber dafür hat man jetzt das Wendekover, also alles gut. Aber ja, das Wendekover, das ist dann halt wieder so ein Problem, man sieht es ja und der Rücken von dem Ding, sprich das, was man dann im Schrank sieht, das passt nicht zu allem anderen, was PS5, Xbox oder Switch ist und das ist etwas, das würde mich unfassbar nerven. Das heißt, dieses Wendekover kann ich wieder nicht vernünftig benutzen und ich hasse meinen inneren Monk dafür. Ja, es ist ein bisschen schade, dass sie nicht auch die Konsolenlogos und alles, also einfach den Konsolenstil von den jeweiligen Plattformen einfach übernommen haben für dieses Wendekover. vor allem, weil es doch bei anderen Spielen auch funktioniert hat. Es ist wirklich nur das japanische Artwork eben, ohne irgendwas drauf. Ich bin auf die Rückseite gespannt, weil das Cover scheint sich ja, oder das Artwork scheint sich ja einmal drüber zu spannen. Ja, Und wenn das halt so in das originale Sonic Generations Artwork läuft, fände ich das, glaube ich, recht cool. Oh, ja. Oder aber auf der Rückseite ist halt die Basic-Rückseite. Das kann auch sein. Kann auch sein, ja. Aber an sich coole Sache, finde ich, dass da einfach so ein bisschen zugehört wurde bei der Fanbase, dass man einfach die Möglichkeit erhält, dieses echt tolle japanische Cover jetzt auch bei uns zu kriegen über Umwege. Aber wie gesagt, für physische Vorbestellungen, also das muss man halt im Hinterkopf behalten. Man bekommt das wahrscheinlich nur, wenn man sich das Spiel vorbestellt und nicht, wenn man sich das Spiel jetzt irgendwie ein paar Wochen später im Laden hält. Wobei man dazu sagen muss, ich gehe davon aus, dass das eine ganze Weile verfügbar sein wird, weil kam von Sonic Lost World jemals etwas anderes, außer die Deadly Six Edition? Eben, ja. Das ist halt das Ding. Es kann natürlich auch sein, dass das jetzt einfach so in die Läden gestellt wird und das einfach die erste Auflage des Spiels allgemein ist. Holy shit, ja, gab es. Ja, gab es, glaube ich, aber nicht in Deutschland. Ja. Aber in Deutschland kriegt man Sonic Lost World, es ist bei Amazon nicht mal mehr gelistet, Hashtag not sponsored. Aber, es gab halt wirklich eine nicht Deadly Six Edition von Sonic Lost World, das überrascht mich gerade. Ja. Okay, ja. Aber einfach, da einfach, wie gesagt, es ist halt ein kleiner Gamble, weil es wird halt explizit geschrieben, physische Vorbestellungen und die Frage ist halt jetzt, ob das wirklich dann auch so in die Läden kommt oder ob das wirklich jetzt nur für Vorbestellungen gedacht ist, diese Version. und also, wenn ihr da jetzt eher nicht irgendwie ein Risiko eingeben wollt, dann Vorbestellte es lieber, anstatt dass ihr dann irgendwie ohne dieses japanische Kamera steht, wenn ihr es unbedingt haben wollt. Gut, dann machen wir doch mal weiter mit, ja, dem eigentlich großen Highlight, würde ich sagen, das aber halt auch nicht auskommt, ohne etwas, wo wir eher gemischte Gefühle haben. Lieber David, worum geht's? Es geht tatsächlich um einen neuen Trailer für Sonic X Shadow Generations. Was? Ja, neuer Trailer. Wir haben jetzt im Grunde vor ein paar Wochen zum Summer Game Fest den letzten Trailer erhalten und in diesem letzten Trailer sind im Grunde drei Stages für Shadow Generations enthängt worden. Wir haben einmal The Ark, sehr stark basierend auf Final Chase, dann haben wir Bullet Station aus Sonic Heroes und dann nochmal Kingdom Valley aus Sonic the Hedgehog 06. diese drei Stages sind zusammen mit diesem Game Fest Trailer angekündigt worden und auf dieses Warte, ganz kurz, bei Kingdom Valley würde ich halt direkt dazu sagen, das ist das, was ich vorhin mit Mephiles meinte, weil das ist in Sonic 06 die Stage, wo Shadow Mephiles befreit. Oh ja, genau. Das heißt, das wäre tatsächlich eine coole Überleitung dann in den Bosskampf. Ja, who knows, das könnten sie totally machen. Aber ja, wie gesagt, auf diese drei Stages baut dann jetzt auch der aktuelle neue Trailer auf, nämlich der Generations of Stages Trailer für Sonic X Shadow Generations und dieser Trailer zeigt uns basically einen Vergleich von der Originalversion der jeweiligen Stage zur aktuellen Sonic X Shadow Generations Version. Also wir haben da teilweise wirklich ein Video, wo beide Versionen nebeneinander laufen und man dann einen direkten Vergleich einfach machen kann, von der Sonic Generations Version zur Originalversion aus Sonic Adventure 2, aus Sonic Heroes und Sonic 06. Und gleich als Hinweis, es wurde bereits bestätigt, das sind nicht die einzigen Level. Genau, ja. Sprich, es wird noch ein weiteres Level geben und das war's dann. Wow. Ich bin mit so einen Marketing-Aussagen sehr vorsichtig. Die sagen halt, ja, das sind nicht die einzigen Level, heißt für mich, ja, ihr haltet noch eins bis kurz vor Release zurück und Ende. Wer weiß, wie gesagt. Schwer zu sagen, wie viele da jetzt tatsächlich noch kommen. Es ist ja schon bestätigt worden, dass Shadow Generation kürzer sein soll als Sonic Generations jetzt als Ganzes. Ja, und Sonic Generations waren schon nicht mal drei Stunden. Ja. Aber das Ding ist, ich hoffe zumindest so auf mindestens fünf Level. Das wäre nett. Da bin ich schon häufig zufrieden. Und bevor der Whitespace ist einfach das Level, was sie meinten. Oh boy. Das wäre so lustig. Das wäre eiskalt. Oh no. Also ich fände es, also das erfordert halt schon Eier aus dem Sonic Speed Simulator. Wow. Ich habe jetzt eben das Gefühl, das wäre Teil des Titels für diese Folge. Balls of Gold. Balls of Gold. Wow. Oh mein Gott, ich glaube, ich nenne die Folge wirklich Eier aus Gold. Ich meine, es bietet sich an irgendwie. Das ist ein catchy Titel, muss man halt sagen. Ja, schon irgendwie. Aber ja, zum Trailer zurück natürlich. In diesem Trailer sieht man wie gesagt alte Versionen und neue Versionen gegenübergestellt. Und was man sich nebenbei noch ein bisschen anhören kann, sind die neuen Remix-Versionen von den jeweiligen Stages. wir haben wie gesagt das Musikstück von Final Chase dabei oder genau gesagt, es ist nicht Final Chase, es ist Final Rush. Sie haben in das Final Chase Level einfach Final Rush reingenommen, also die Musik. Ich glaube aber, dass das volle Theme eine Mischung aus beiden sein wird. Könnte eben das sein, ja, das ist ein bisschen Mix. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Final Rush, äh, Final Chase komplett rauslassen aus dem Remix dafür. Das wäre schon schade, weil es ist auch ein sehr cooles Film. Aber ja, wir hören natürlich auch ein bisschen was vom Bullet Station und wir hören ein bisschen was von der Neuauflage von Kingdom Valley. Und ja, musikalisch, also was man da jetzt angeblich sieht, sehr nett auf jeden Fall. Mir gefallen die neuen Versionen ziemlich gut, wie sie einfach ikonische Level-Abschnitte genommen haben und die einfach in Sonic X Shadow Generations nochmal neu aufgelegt haben. Ist schon teilweise echt cool. Sie haben ein bisschen mit dem Lightning übertrieben, habe ich das Gefühl. Besonders was jetzt Final Chase angeht. Das wirkt schon irgendwie sehr extrem hell, habe ich das Gefühl. Es kommt auch von demselben Team, was dir Sonic Colors Ultimate gebracht hat. Nein, kommt es nicht. Das ist klar. Das war nur eine Anspielung auf den Sonic Forces Trailer damals. From the people that brought you Sonic Colors and Sonic Generations. Das ist nur eine Anspielung. Die hat nur nicht so gut funktioniert. Ja. Also die Arc Stage, die wirkt teilweise ein bisschen übertrieben shiny tatsächlich. also es ist schon ein bisschen andere Vibe im Vergleich zum Original. Muss jetzt nicht direkt schlechter sein, aber es ist mir halt auch gefallen, wie ich die beiden Versionen gegenüber gesehen habe. Aber ja, Bullet Station und Kingdom Valley sind beide echt cool aus in der neuen Version. Ich bin sehr gespannt drauf, die dann zu spielen. Allerdings, es schneiden sich ein bisschen die Geister, was jetzt die musikalischen Remixes angeht von diesen Stages. Besonders einer wird als etwas gemischt wahrgenommen. Genau, also Kingdom Valley klingt hauptsächlich wie eine etwas fetzigere Version vom Original-Film. Also da haben sie ein paar mehr Beats einfach reingenommen. Klingt nicht schlecht, also gefällt mir bis jetzt, was man hört, recht gut. Ja, das ist okay. Den Final Chase Remix kennen wir auch schon aus dem Gameplay, den wir jetzt im Rahmen des Summer Game Fest gesehen haben. Und da auch nichts zu bemängeln. Klingt alles relativ nice. Allerdings, Bullet Station haben sie doch einen sehr unterschiedlichen Vibe gewählt für das Theme, das wir aus Sonny Heroes kennen. Und das kann ich mir vorstellen, das wird nicht jeden Fans schmecken. Ich bin mir auch noch nicht 100% sicher, wie ich zu dieser Entscheidung stehe. Ich finde es halt absolut grauenvoll. Also, for real, ich finde das Ding scheiße. Sag ich ganz einfach so, wie es ist. So leid mir das tut, aber nee, nee, I'm sorry. Ich vermisse sehr stark die Energie, die wir im Originalfilm drin haben. Wir sind halt wirklich in eine komplett andere Richtung gegangen. Und das wirkt auch ein bisschen komisch, weil Kingdom Valley und Final Chase oder Final Rush in dem Fall klingen relativ nah an ihren Originalversionen. Sie haben da wirklich gar so viel am Stil verändert. Und dann ist da einfach Bullet Station, das komplett anders klingt. Ja, also das ist halt so ein richtig schlechter EDM-Remix. Wie gesagt, ich würde es nicht einmal richtig schlecht nennen, aber es passt irgendwie nicht zu der Stage, zu dem, was ich von der Stage kenne. Doch, ich sage ganz klar, das ist schlecht. Ich meine ja. dir lasse ich deine Meinung natürlich. Willst du mir ja auch noch den Mund verbieten oder was? Wo sind wir denn hier gelandet? Natürlich. Nur eine Meinung zählt und zwar meine. Aber nö, es ist halt ein anderer Vibe. Es klingt nicht grauenhaft für mich, aber es ist nicht das, was ich erwartet hätte. Auf keinen Fall. Und ich hätte mir gewünscht, sie wäre da in eine andere Richtung gegangen, wo sie einfach einen richtig coolen Hard Rock-Remix oder sowas in der Art gemacht hätten von Bullet Station. Ja, vor allem, ich verstehe halt auch nicht, wieso das in die Richtung gegangen ist, weil wenn ich mir den Final Rush-Remix anhöre, so, ja, da sind ein paar Beats draufgelegt, aber halt auch richtig rockige Klänge noch dazu. Da ist eine Gitarre mit reingemischt und alles. Und dann hörst du direkt danach Bullet Station, was halt sowieso schon sehr Rock-slash-Fast- Metal-lastig war, was halt so ein richtig, richtig heftig geiles Theme war. Und dann hörst du dir das jetzt an und das ist einfach Dö-döp-döp. Ja, es ist so. Dö-döp-döp. Es ist überhaupt, das ist nichts, das ist gar nichts. Und das passt auch nicht zu dem, finde ich, was das Level ist, nämlich eine Grind-Hölle einfach. Ja. Wo du halt mit High-Speed einfach durch das komplette Level grindest, da passt doch das überhaupt gar nicht zu. I don't know, yeah. Das war irgendwie ein bisschen eine Fehlentscheidung. Das ist das Erste, was ich jetzt musikalisch von Shadow Generations hör, wo ich mir denke, das hat jetzt irgendwie nicht so gut funktioniert. Und schau nicht drum, gerade Bullet Station ist einfach so ein richtig fetziger, energiereicher Song. Bullet Station ist eines meiner Lieblingslevel aus Heroes, weil das halt einfach so ein furchtbar geiler Soundtrack war und diese ganze Grind-Geschichte, wo du halt durch diesen Rail Canyon basically halt grindest die ganze Zeit. Es ist einfach furchtbar geil. Dann hörst du das hier und bist so, ich bin einfach persönlich enttäuscht. Ja. Aber ja, wie gesagt, der Trailer selbst, wie gesagt, recht vielversprechend. Mir gefällt, was ich sehe und ich bin auch sehr gespannt, dann durch diese Shadow Generations Version zu rennen und einfach zu schauen, was sie halbwegs gleichbelassen haben, was sich geändert hat. Das ist auch definitiv ein Vibe, einfach Sonic 06 Gameplay neben Shadow Generations das Gameplay zu sehen. Irgendwie, I don't know. Und ja, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen gehypt, was den Trailer angeht und was das Spiel selbst angeht. Ich hoffe, sie vermasseln es nicht, aber es sieht bis jetzt relativ gut aus von dem Gameplay, was man gesehen hat. Eine Sache muss ich auch noch sagen, die mich stört und das ist mir vorher nicht aufgefallen. Shadow scheint für die Ringe ohne Boost schon so eine Art Magneteffekt zu haben. Das sieht man in Final Rush slash Final Chase und weiß ich noch nicht, was ich davon halte, weil ich den Effekt schon in Frontiers eher störend empfunden habe. Okay, ja. Der Effekt stört mich einfach so, wie der ist, weil die Ringe, auch wenn du direkt durchläufst, fliegen die erstmal einmal quasi um dich rum und das ist, I don't know, das ist seltsam. Gerade wenn man daneben halt das bessere Sonic Adventure 2 hat, wo halt du einfach durch die Ringe durchläufst und dann hast du sie eingesammelt und die drehen nicht erstmal noch eine Runde um dich. Ja, I don't know, ja. Stört mich jetzt nicht, aber jetzt, wo du es erwähnt hast, es fällt ein bisschen auf, ja. Es ist halt so eine Sache, die mir auch tatsächlich gerade erst aufgefallen ist. Beim ersten Trailer gucken ist mir das auch nicht aufgefallen, aber jetzt gerade so dachte ich mir, ha, interessant. Aber ja, das ist der neueste Trailer zu Sonic X Shadow Generations und Sonic X Shadow Generations kommt in ein paar Monaten raus, also wir sind nicht mehr allzu lang warten. Am 25. Oktober ist es soweit für alle, die sich die regelmäßige Version kaufen. Allerdings, wenn man sich die Digital Deluxe Edition holt, kann man drei Tage früher ins Spiel starten, nämlich schon am 22. Oktober. Allerdings nicht auf der Nintendo Switch, da noch mal ein Disclaimer. Also das gilt für alle Versionen, außer der Nintendo Switch-Version, da kann man leider nicht den Frühstart machen. Da geht es am 25. Oktober auch mit der Digital Deluxe Edition los. Ja, und außerdem bekommt ihr in der Digital Deluxe Edition ja noch ein paar Boni. Ja, genau. Also wenn ihr vorbestellt, gibt es den Sonic Adventure Legacy Skin, den gibt es aber auch Retail, wenn ihr vorbestellt und es gibt halt für Digital Deluxe ein zusätzliches Level. Ja. Also ist mir das noch nicht aufgefallen? Wir haben darüber geredet. Du hast darüber geredet. Ich habe es, glaube ich, ignoriert beziehungsweise vergessen wieder. Ja, genau. Also es kommt in der Digital Deluxe Edition, gibt es noch zusätzliche Systeme. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Und ein Level, aber die releasen erst nach Release des Spiels. Also sie kommen irgendwann in den Wochen, Monaten dann auch. Und sind dann wahrscheinlich auch als DLC, also stehen als DLC zur Verfügung. Man hat sie halt wahrscheinlich nur in der Digital Deluxe Edition, ohne dass man extra noch was drauflegen muss. Ja, ich denke mal, es gibt halt, und das habe ich damals in der Folge gesagt, deswegen habe ich mich gerade auch daran erinnert, dass wir darüber gesprochen haben. Es gibt wahrscheinlich so ein Digital Deluxe Upgrade-Dingens, wie es das bei Sonic Superstars gab, und, und, und. Ja, genau. Das haben sie ja eigentlich mittlerweile für die meisten Sonic-Spiele drin. Gut. Oh ja, dann werden wir fertig. Ein bisschen später, wie erwartet, aber ja. Tschüss. Wachtest du gut, tschüss. Nein, wir haben natürlich noch was. Keine Sorge, David, ich halte mich kurz, aber ich wollte es ganz kurz erwähnen, weil wir hatten ja letzte Woche den Launch unseres großen Fußball-Podcasts. Ja, natürlich, ja. Und der liebe ZeboLabs hat auf YouTube einen Kommentar hinterlassen und einen Namen dafür vorgeschlagen, und den wollte ich kurz mit dir teilen. Oh. Nämlich der Gotta Shot Fast, wobei ich da eher sagen würde, der Gotta Shoot Fast, oder sowas. Okay. Ja, oder sowas. Maybe. Und wir haben einen Wortwitz verpasst, als gesagt wurde, Amy is a safe bet. Das war im Kontext von Sonic Speed Battle, glaube ich, dass Amy mit dabei ist, auf jeden Fall, als Charakter. Hätten wir sagen sollen, Rouge is a safe bet, weil wegen bet und so Fledermaus. Oh yeah. Stimmt. Und SeboLabs hat auch noch gesagt, ich liebe, ich skill in Souls-Games am liebsten Geschicklichkeit und Ausdauer, dazu leichte Rüstung und 0,0 Punkte in Leben. That's my drive. Oh, let's go. Das klingt auch sehr interessant, eine Art des Spiels zu spielen. So, und danke auch an die restlichen Kommentare. Wir können halt nicht immer alles vorlesen, weil David muss jetzt langsam los. Aber SeboLabs wollte ich nochmal kurz drauf eingehen und das erwähnen, weil da eben heftige, heftige Kritik kam. Ja, wow. An den vermasselten Wortwitzen. Ja, es tut es sehr leid, dass wir diese Wortwitze Chance vergeben haben. Es wird nicht wieder passieren. Ja, ich hoffe auch, dass dir das nicht wieder passiert, lieber David. Habe ich das gesagt, oder du? Weiß ich doch nicht. Ja. Ja, damit werden wir uns aber für heute verabschieden. Am Donnerstag geht es weiter mit einem Stream auf Twitch twitch.tv slash Rookie185 mit Sonic Unleashed an der Wii. Nächsten Montag gibt es hier natürlich wieder eine neue Folge. Oh Gott, das wird die letzte Folge vom Wacken sein. Oh. Ja. Ha. Ha. Okay. Ja. Und wir verabscheuen uns damit. Wir verabscheuen uns? David, ich habe doch die schlechten Verabschiedungen. Ah, okay. Das war auf sich. Wir verabscheuen uns und wünschen euch eine wundervolle Woche. Macht es nicht gut, macht es besser, trinkt ordentlich, weil es ist unfassbar warm. Ja. Und seid nicht so viel in der Sonne. Und, ähm, ja. Tschüssli Müsli, ciao mit V, schön mit Ö und tschü mit Ü. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Ja, macht es gut. Habt eine schöne Woche. Man hört sich. Hier ist nochmal Rookie aus dem Schnitt. Natürlich haben wir diese Woche wieder etwas vergessen, aber das darf nicht vergessen werden. Deswegen schicken wir euch jetzt in die Woche mit unserem Outro-Song gesungen vom wundervollen Zebo Labs und gespielt von der Band Das Gültene Loch. Bis zum nächsten Mal und Entschuldigung an Zebo Labs, dass wir schon wieder das vergessen haben, aber diesmal ist es früh genug aufgefallen. Auf Wiedersehen. Wenn wir den schnellsten Igel auf dieser Welt, der einfach allen hilft und danach macht, was ihm gefällt. Oh ja, ja. Sonne, ich kann Spiele, Filme, Serien und noch mehr. Sich das alles zu merken, fällt mir schwer. Doch zum Glück hab ich Rookie und den DERF dabei. Die sind ein wahres Endzyklus bietet ja die zwei. Kommt abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst und schaltet ein zum GORDA-Podcast.